Oh Gott! Leckt das Bild von Stefan irgendwie? Ist das bei dir auch eingefroren? Ich habe nur ein Foto zukommen lassen, weil ich möchte gerne währenddessen nicht hier Quatsch in Ruhe popeln. Das ist der wahre Grund. Stefan ist nämlich heute relativ nackt. Das ist auch richtig, man könnte es hören, aber nicht sehen. Steh mal kurz auf. Nein. Okay, großartig. Ja, spitze. Ich denke, das wird ein witziger Hardcast heute, könnte man meinen. Was ist eigentlich das Thema? Ich habe das wieder total vergessen. Das Thema ist heute Audio. Mikrofone per se. Da bin ich raus, Alter. Mikrofone per se. Aber ich muss... Ich habe auch eins, ja. Ah! Ich habe auch eins. Ich habe sogar zwei. Ich habe... Das sage ich nicht. Wie viel hast du? Ähm... Ich glaube... 17. Mittlerweile. Oha! Also du meinst... Also bevor du umgezogen bist, dann hat Thoman bei dir angerufen, wenn sie mal was gebraucht haben, ja? Ja, das ist richtig. Hör mal, wir haben keine Lagerbestände mehr. Können wir mal kurz kommen? Jo. Welche Farbe braucht ihr? Wie ist es euch denn so ergangen, Leute? Ich wollte gerade auch noch ein bisschen Smalltalk. Ich wollte sagen, hey Leute, schön, dass wir uns hier alle mal zusammensetzen. Voll toll, dass ihr Zeit genommen habt. Also ich meine... Also Nils ja sowieso, weil das machen wir eigentlich immer mittwochs, ne? Und... Ja, cool. Hallo Stefan. Hallo Nils. Wie geht's euch? Hallo. Sehr gut. Danke. Ist das okay, dass wir dich mit Vornamen ansprechen? Das hat sich irgendwie so hier so reingeschlichen. Also manchmal werde ich Alex genannt, manchmal Jim. Ja, klar. Ne, ich nenne dich immer Alex. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich habe mich immer Jim genannt, oder? Ihr könnt mich Alex oder Jim nennen. Und ich reagiere auch auf Affe, Arschloch und Ey. Ey ist am besten. Jim Alex. Jim Alex. Ja. Also ich finde das mit Vornamen ist was aber... Das hat so einen Vibe. Verstehen Sie? So einen persönlichen Vibe. Ja, das ist schon wieder... Oldschool und cool. Ja. Und wir sind ja auch alle alt, würde ich sagen. Ja, das Thema haben wir vorhin geklärt. Ich habe mal in meine älteren YouTube-Videos reingeschaut. Das ist halt schon fucking acht Jahre her. Ja. Ist lange. Trotzdem nichts aus mir geworden, ne? Also... Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, gut. Das ist... Das ist... Das ist wahr. Das ist lustig, weil es wahr ist. Dauert alles länger als gedacht, ne? Hast du schon einen Durchbruch gehabt, Alex? Manchmal. Manchmal. Okay. Stefan, ich möchte wie immer ganz kurz, wenn wir uns ja öffentlich immer sehen, muss ich dir echt mal sagen, du hast dich echt gemausert, mein Freund. Du bist echt ein hübscher Mann geworden jetzt. Hast du mich gerade Vogel genannt? Nee. Nee, er hat gesagt, du warst früher ein hässlicher Kackvogel. Ja, wegen der Mauser. Das? Ja, ja, danke. Ja. Danke. Finde ich echt gut. Also wirklich. Das war aber auch eher zufällig. Also das war jetzt nicht so gewollt, so von wegen, Bro, jetzt nehme ich ab. Das war eher so zufällig. Weil mir hat irgendwann mal jemand gesagt, dass mein Essverhalten eigentlich sehr gleich ist von so einem acht Sechzehntel Intervallfasten-Gedönsdings. Mhm. Und dann wurde mir gesagt, lass doch mal nach dem Stream das Fressen nochmal sein. Und die ganzen süßen Getränke und so ein Shit und das habe ich gemacht. Und ja, tatsächlich hat es funktioniert. Finde ich schön. Ja. Danke. Und wenn auch du willst, wie du schnell abnehmen kannst, komm in die Gruppe. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Komm einfach bei Ranzratte in den Stream und der erklärt dir das dann. Ja. Steh auf, ess acht Stunden, dann hör auf. Fertig. Hauptsache ess acht Stunden. Ja, innerhalb. Entschuldigung. Innerhalb von acht Stunden. Acht Stunden essen. Acht Stunden durchgehend. Ich glaube, das... Nun. Da sehe ich mich. Ja. Wie ist es dir denn so ergangen, Alex? Gut. Danke. Ich bin verschlossen wie immer. Kennst das ja. Ostwestfale. Münster. Hier, ne? Irgendwann habe ich dich auch noch mal weich gekocht. Dann bist du auch mal bereit, ein bisschen was zu erzählen. Ne, ohne Scheiß. Also letzte Woche ist bei mir nicht so viel passiert. Ich bin jetzt wieder... Also aufgrund des... Man sieht es vielleicht, wir haben es jetzt... Wir haben hier... Also danke Madeira. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen Sonne, ne? Ich habe mal gepustet, seitdem man zu euch kommt. Man kann jetzt endlich mal wieder draußen auch mal Dinge tun und nicht nur frieren so und sich erkälten. Das ist schön. Also waren wir wieder ein bisschen mehr mit dem Fahrrad unterwegs. War recht cool. Also mal eine Stunde oder anderthalb durch die Gegendbiken. Fahrradfahren, ey. Das vermisse ich, ne? Aber hier in den Bergen... Also hier geht es ja vielleicht, keine Ahnung, man. Fünf Minuten geradeaus und dann ist halt Ende, ey. Dann fährst du den Berg hoch und dann bin ich halt, keine Ahnung, man. Nach zwei Minuten tot. Ja, aber es wäre vielleicht ganz gut mal für die Ausdauer, verstehst du? Mhm. Ja. Ich fahre rückwärts aktuell den Berg runter. Das ist ganz in Ordnung. Mhm. Okay. Möchtest du das ausführen? Ich habe da so ein Bild in meinem Kopf, aber das passt nicht zum... Ne, ach, lass. Hä? Habe ich auch nicht verstanden. Aber eher... Ja, okay. Okay. Schön. Es ist völlig im grünen Bereich so. Es ist völlig im grünen Bereich. Ne, meine Woche war total gut, völlig entspannt und schwupp ist schon wieder Mittwoch. Also, ähm, aktuell fliegt die Zeit so einfach nur weg. Ist ganz cool. Also, ganz komisch, ganz cool. Kann man Scheiße finden, kann man gut finden. Ich finde es ganz okay. Wär mich nicht. Also, wir haben wieder morgen Feiertag hier bei uns in unserem Bundesland. Serviceinformationen an alle draußen jetzt quasi, ne? Wo ist denn da... Danke. Das muss ich aber... Das muss ich jetzt kurz mal erfragen. Wo ist denn morgen kein Feiertag? Äh... Ja... Ja... Ja, aber wir bleiben jetzt mal... Wo hast du gefragt, Junge? Was ist denn... Ja... Also, Feiertag ist überall da, wo hauptsächlich so diese, ähm, diese katholischen Bundesländer sind. Diese urkatholischen. So. Und wir haben das... Es stand vorhin schon zehnmal in meinem Chat und ich könnte es jetzt wieder vorlesen, aber ich mach's nicht. Ja. Okay. Siehste... Du bist ganz schön rebellisch unterwegs heute, Alex. Danke. Was? Mein Chat holt mich ab. Mein Chat holt mich ab. Alles klar. Gut. Weiß Bescheid. Easy Snack. Gut. Danke. Easy. Aber du hast schon noch ein bisschen was zu Hause, oder? Zu essen? Jetzt also... Nicht, dass du morgen... Nee, du... Mann, mir ist sowas scheiße gehalten. Also... I don't care. Ich bin immer vorbereitet. Ich bin super Survivler. Always prepared. Ja, richtig. Wenn Feiertag ist, dann geht's an die Speckreserven ran und dann gibt's den Tag nichts zu essen. Heute ist Feiertag. Okay. Äh... Zwölf-Stunden-Rennen. Heute. Jetzt. Spontan. Hab Bock. Geht los, Junge. Nee, ich hab mir heute mal 16... Nee, zwölf so ne neun Dings geholt hier. So ne Buden. Lässt du die liefern, oder holst du die? Maga, pass mal auf jetzt hier, ne? Da muss ich mal kurz... Jetzt kommen wir wieder mit seinem Standpunkt. Was? Nee, ich geh gerne raus und kauf die alleine. Also ich lass mir das nicht liefern. Ja, das war... Ich wollte jetzt nicht ausholen und schon wieder... Was denkst du denn hier? Nee, ich geh... Das Ding ist, ich geh ja so schon wenig raus, ne? Ich bin ja nicht so wie du. Ich bin ja nicht so ne... So ne aktive, äh... Sportig Speis hier. Und ich freu mich halt immer, wenn ich nochmal einkaufen gehen kann. Stefan, das musst du dir vorstellen. Wir gucken uns Bilder von Computern an, von Menschen, die uns die freiwillig geschickt haben, damit wir darüber sprechen. Und ich bemängle so Sachen wie, keine Ahnung, also ja, das ist ganz cool, aber du könntest halt, ne? Da vorne ist noch ein bisschen Kabelsalat so, ne? Bei mir ja auch. Ich bin da, also bin ganz weit vorne mit Kabelsalat. Und dann sagt mir, Senor Nilsowitsch hier, das fängt so, ja, das kannst du aber nix sagen, das geht ja keinem was an, wie es hier bei ihm aussieht, so. Und ich hab hier einen Karton stehen, also der steht da nicht mehr, also jetzt nicht. Äh, ne? Wie, der steht da schon seit gestern. Jetzt auch mal wegräumen können, weißt du? Entschuldigung, das hab ich gar nicht gesagt. Hau mich doch jetzt nicht in die Pfanne. Ich hab nur gefragt, was da drin ist. Hat er aber auch wirklich recht, Alex, ne? Also, das könntest du ja mal aufräumen. Ja! Also... Das hab ich so nicht gesagt. Wir können noch mal die Aufzeichnung reinschauen. Ach, hört mir bloß auf mit Kabelsalat, ey. Warum? Ist das so ein Reizthema bei dir, so? Nee, ach, weißt du, ich hab irgendwann aufgehört, so. Ich hab dann irgendwann gesagt, komm, ey, das ist so viel Kabellöres, das jetzt jedes Mal nochmal neu zu ordnen und so. Der Desi kann da ein Lied von singen, der war ja mal, bevor ich umgezogen bin, war der Desi mal bei mir und hat mit mir da was neu verkabelt und so. War auf jeden Fall auch sehr geil, muss ich nochmal sagen, es war sehr lustig. Ähm, aber ich glaube, zwei Wochen später sah's wieder aus wie vorher. Ich hab nicht mal... Also, das war, ey, hör auf, ey. Ich hab nicht mal was aufgeräumt, weil er gesagt hat, das hat eh keinen Zweck. Und hab die Scheiße da nur hingeschmissen. Ja, wir haben dann so ein bisschen was zusammen und dann mit Kabelbindern und so. Aber wie gesagt, ey, nach zwei Wochen hab ich irgendwie wieder ein Gerät umgestellt und dann musste ich das wieder in die komplette Signalkette von den anderen packen und dann... Nee, komm, lass das einfach alles hängen. Ich hab jetzt bei mir... Also, bei mir ist Kabel Buffet definitiv. Nicht nur Salat, das ist alles. Okay. Wenn ich das gerade so höre, bist du auch ein bisschen ruhelos, was so die Position angeht, dass du öfter mal was umstellen musst? Da bin ich eins zu eins wie du. Ich krieg die Krise, wenn ein Tisch eine Woche an ein und derselben Stelle steht, man. Wirklich. Ja. Weil ich dann immer denke, nee, könnte anders. Ich hab jetzt hinter mir... Also, man sieht auf dem Foto, hinter mir stehen jetzt meine ganzen Racks und die hatte ich vorher auf dem Tisch stehen. Mhm. Ich hab jetzt zwar mehr Platz, aber vorher sah's geiler aus. Und ich bin die ganze Zeit schon wieder drauf und dran, das einfach wieder umzustellen. Einfach nur, weil's schöner war. Aber... Naja. Die Faulheit siegt aktuell. Ich, äh, fühle das. Ich fühle das... Ich fühle das sehr. Also... Ich hab's mal hinter mir vor mir oder L-Form oder ein U oder... Ob ich einen kaputt mache, weil der mir auf den Sack geht. Soweit geht's dann auch. Manchmal schmeiß ich einfach Dinge weg, weil dann sind sie nicht mehr da und dann kann ich sie nicht mehr verwenden. Ist eigentlich perfekt. Okay. Nee, diesen... Diesen Lifehack hab ich noch nie angewendet. Also... Doch, das ist super. Speziell bei Möbeln noch nie. Ja. Wenn ein Möbelstück auf den Sack geht, verkauf's oder mach kaputt. Sperrmüll. Genau. Ich schmeiß morgen einfach irgendeinen Stuhl raus und dann so, fuck, wohin soll ich mich setzen? Ja. Ist egal. Kann mich jetzt nicht mehr stören. Wow. Ja. Das ist das schlechteste Beispiel, da hab ich mit angefangen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. So, und jetzt, nachdem wir jetzt so professionell ein bisschen Smalltalk gemacht haben, schlägt normalerweise einer von uns so die Brücke zu dem Hauptthema. Du. Nils? Du. Oh. Okay, pass auf. Also meine Überleitung, pass auf, die ist wirklich sehr, sehr, sehr creamy. Das klingt aber interessant. Oh. Klang. Ja. Da sagst du was. Oh Stefan. Sag mal, wie hat das denn bei dir am Anfang geklungen, als du mit deinem Stream begonnen hast? Sorry. Nicht so wie jetzt. Das kann ich dir aber sagen. Was war dein erstes Mikrofon oder welche, womit hast du das allererste Ding aufgenommen auf YouTube bei dir? Bei dem allerersten Ding auf YouTube? Ich glaube, das war wirklich ein richtig billiges Hammer-Headset aus dem Real. Geil. Ich hatte damals ein Diktier-Headset und damit habe ich meine allerersten, in Anführungszeichen, Commentaries aufgenommen. Ja. Die haben halt eine Tonqualität wie dreimal durch so ein altes Telefon gepustet, ne? Ich fand damals die Hammer-Qualität, gerade für so 3,5 Millimeter Klinke, fand ich immer ganz gut so. Ich fand das immer toll. Und ich dachte auch so, ja komm, es ist ja nur YouTube. Dafür brauchst du ja nix. Reicht ja. Ist ja nur ein Video. Ist ja kein Film. Ja, Arschlecken. Guck mal, wo er jetzt ist, ne? Ja. Aber nun. Was war bei dir das Erste? Wie bei mir? Ja, ja, bei dir. Es war ein Diktier-Headset. Ach so. Also so ein Ding, was quasi nur auf einer Seite ein Kopfhörer hatte. Ja. Weil ich hab damals mal für so ein Projekt musste ich viel Text digitalisieren sozusagen. Also nicht einsprechen, sondern in Textform haben. Und da habe ich mir damals so ein Diktier-Headset geholt und das war halt so ein Billo-Ding, ne? Im Computer ist es egal, ob es gut oder schlecht klingt. Es muss halt nur verständlich sein. Ja. Ja. Und da hatte ich eine Software. Ich hatte Dragon Naturally Speaking damals eine Lizenz. Und das habe ich, ich glaube, ein Jahr lang benutzte auch mal für den Kunden irgendwer da was gemacht. Und damit habe ich dann meine allerersten Commentaries aufgenommen. Das war schwierig. Schwierig. Wild. Ich musste gerade googeln. Deswegen habe ich das nur beiläufig nicht ganz gehört. Ich hatte ein SteelSeries Siberia V2, glaube ich. Mhm. Das habe ich auch noch. Mein erstes Gaming-Headset, so Gaming-Rand, war ein Speedlink Medusa. Aber Stereo. Uh. Ja. Stereo. Moment, Moment. Was heißt denn... Wie kannst du... Wie kann denn ein Headset nicht Stereo sein? Ähm... Virtual 7.1 Zeug? Virtual 7... Ja, das ist aber trotzdem immer noch Stereo. Ich meinte damit, dass ich nicht die 5.1-Variante gekauft hatte. Damals finde ich. Ach so. Entschuldigung. Ich hatte gerade für einen kurzen Moment so im Kopf so von wegen so... Hey Leute, wir bringen ein neues Headset auf den Markt. Eines für die Stirn noch, zwei für die Schläge. So, patz, 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 patz. Wie der Typ von Star Trek mit seinem Gitter vorm Auge. Keine Ahnung, wie heißt man. I don't know. Ja. Ähm... Ne, stell dir vor, EA bringt ein Headset raus. Also jetzt kleiner Rant gegen EA-DLC von wegen so... Hey, wir haben ein neues Headset für euch. Es kostet nur 15 Euro. Hat zwar nur Mono, aber hey, ihr könnt ein DLC dazu freischalten. Dann ist es ein Stereo. Stimmt schon. Ja, ne. Also 5.1 direkt am Auge funktioniert ja nicht so wirklich. Also virtuell, ja, ist okay. Es wird so ein bisschen simuliert. So, das Hirn wird so ein bisschen ausgetrickst diesbezüglich. Aber funktionieren funktioniert es nicht wirklich. Weil, also du hast im Kino ja auch nicht den Lautsprecher direkt vorm Ohr stehen. Deswegen, ja, ist es halt immer geiler. Finde ich, wenn man 5.1, 7.1 oder was weiß ich nicht was, immer hört über Lautsprecher. Und gerade bei Shootern, finde ich, ist Stereo, die Ortung bei Stereo einiges besser. Weil es einfach besser funktioniert. I don't know. Sagen die Nachbarn auch alle, ne? Ey, seitdem du ein 7.1-Anlager hast, die Shooter klingen viel geiler. Wir können viel besser orten, wo die herkommen. Ja, stimmt schon. Wo ging denn da, also was hattet ihr denn so als nächstes großes Upgrade dann? Also mikrofontechnisch. Also, ich hab mal so ziemlich viele Sachen probiert. Ich hatte sogar mal so ein Logitech-Standmikrofon. So, das sah so aus wie in so einem, keine Ahnung, man, ich weiß auch nicht, während so einem Rednerpult. Mhm. Und danach sind ich aber auch... Diese Tischmikrofone? Ja, genau, genau. So, ich glaub silberner Fuß und schwarzes Mic. So riesig lang und total hässlich. Und dann, ich glaub mein erstes Großmembran war dann ein Samsung 10.01. Genau. Das hast du immer noch? Das hab ich immer noch, ja. Ist das ein USB-Mikrofon oder ist das ein XLR schon gewesen? Ne, das war ein USB-Mikrofon. Ach ne, stimmt, das hab ich nicht mehr. Stimmt, 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 stimmt. Haha. Ich habe nämlich zuerst die USB-Variante gekauft, weil ich mir dachte, okay, das reicht. Und jetzt im Besitz aktuell hab ich die XLR-Version, genau. Also war das mein erstes, sorry, ein C-01-U. Richtig. Krass. Dizzy, bei dir? Ich hatte T-Bone SC440 USB und das im Bundle bei Thomann mit dem hässlichen Fuß dazu. Ja. Ist okay. Ich hatte auch ein T-Bone, ich weiß aber nicht mehr genau welches das war. Das war die kleinste Version. Gebraucht gekauft bei Ebay für 35 Euro mit Wacker-Kontakt am Anschluss. War toll. War toll. Ich bin irgendwann so weit gegangen, dass ich das quasi festgeklebt hab. mit Heißklebepistole. Und das hat auch funktioniert, eine Zeit lang. Und danach war es direkt ein Mikro von Rode, das NT1-A. Ja, das YouTube-Mikrofon, ne? Das ist halt so, ne? Alle paar Jahre setzt irgendjemand so einen Standard, ob das dann ein Unge ist mit der Vlog-Cam, mit der Canon Liga Mini-X. Oh, Liga Mini-X hab ich heute noch. Supergeil. Habt ihr auch noch. Das ist das, was da hinten auf dem Adapter steckt oder auf dem Stativ. Oben an der Decke. Ja. Supergeil, das Ding. Schon. Ja. Fühl ich heute noch. Die nochmal mit 4K60 und ein bisschen Bild stabilisiert, ohne dass die rein croppt. Sofort. Instant kaufen. Ja, würd ich auch kaufen. Die ganze Kamera. Ja. Ich bin gar nicht so in einem Game, was jetzt gerade so Vlog-mäßig genommen wird. Also die Vlogger, die sich so... Da müssen wir kurz abschweifen. Die Vlogger, die regelmäßig Content machen, die haben jetzt entweder eine Standard-Action-Cam und das reicht halt. Oder die haben halt sofort so einen DSLR-Klopper mit, keine Ahnung, Trillionen Objektiv und Millionen... Oder eine Red. Ja, oder genau, sowas in der Richtung. So, aber sowas Kleines wie zum Beispiel, du hattest damals mal die Sony RX100... Mark-Piebendeckel, ja, ja, ja. Genau. Die hab ich immer noch. Die funktioniert auch noch. Also, die hat zwar nur 4K30, aber... Ich hab zuletzt... Was hab ich denn gekauft? Genau. Kurz bevor Corona kam, wollte ich mir eine neue Vlogging-Cam kaufen. Hab ich dann auch gemacht. Eine A6600, weil ich die eigentlich ziemlich geil fand. Die ist aber... Die ist aber was? Schon recht groß dann für eine Vlog-Cam, ne? Nee. Nee, die ist so groß wie die 5100 eigentlich. Ja. Also 6600er geht eigentlich noch, ne? Es passt gut in eine Faust, sag ich mal. Ja, aber dann kam Corona. Ich hab die Kamera gekauft und glaube ich zweimal benutzt oder so. Und dann war halt Lockdown und ja, war nix. Und hat sich gelohnt. Aufgelaufen. Hat sich gelohnt, war super. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendwo im Studio eingebaut. Ja, im Schrank. Oh! Nee, stimmt, steht sogar hinter mir. Weil die hat natürlich jetzt einen neuen Akku, ne? Die hat jetzt endlich mal in der Serie einen größeren Akku, aber da passt jetzt natürlich der Dauerstrom-Adapter wieder nicht. Und ach, komm. Man kennt's. Nerv. Hast du keinen neuen geholt? Normal. Nö, kein Bock. Okay, dann nicht. Aber zurück zu der eigentlichen Thematik. Ja. Es geht ja mehr oder weniger um Audio slash Mikrofone. Und wann ging das denn bei dir so richtig los, Stefan, dass du da so einen richtigen Tick gekriegt hast? Und warum sammelst du die Dinger? Ja. Genau. Also einen richtigen Tick gekriegt. Ähm. Ja. Ich war schon immer so irgendwie eher so in der Musikerfamilie. Also mein Vater hat in einer Band gespielt und so weiter und so fort. Und ähm. Ich hatte auch immer irgendwie andere Freundeskreise als andere. Also irgendwie wenn... Ich sag jetzt mal, ich geh mal so zurück so ins jugendlichen Alter. So wenn ich... Ja. Lass mich nicht lügen. Ich war, sagen wir mal, 15, 16. Und einige Leute sind Skaten gegangen. Und ich war dann eher immer so mit den Leuten unterwegs, die sich so ein bisschen mit Audio auseinandergesetzt haben. Und war dann auch immer relativ schnell in irgendwelchen total doof, hässlich eingerichteten in Anführungszeichen Home-Studios. Äh. Da standen dann, keine Ahnung, noch so ein 19 Zoll Röhrenmonitor mit irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, Aldi-Lautsprechern, die es mal im Paket gab. Und davor stand halt so ein MIDI-Keyboard. Und dann war... Das war halt schon geil. So da hast du dich halt gefühlt wie der übelste Rapper in seinem riesigen Studio. Und hast dann da so ein bisschen rumgechillt. Und äh. Ja. Das hat sich irgendwie immer weiterentwickelt. So man hat dann andere Leute kennengelernt und dadurch wieder andere Leute. Und, äh. Ja. Im Laufe der Zeit war ich auch immer in vielen größeren Studios. Und hab da, äh, auch, ja, den ein oder anderen, äh, Audio-Ingenier mal über die Schulter geguckt. Und, ja. Das ist, glaub ich, diese, diese Liebe. Also die Liebe war schon immer da, aber diese, diese Weiterentwicklung der Liebe bezüglich ich möchte gerne Regler anfassen und die drehen und schieben und so weiter. Ähm. Ja. Und so ein Hauptding in einem Studio, gerade in einem Aufnahmestudio, war immer ein Mikrofon. Logischerweise. Und für Mikrofone habe ich mich dann immer extrem interessiert und fand die Dinge einfach faszinierend. Weil du mit einem Mikrofon, ja, ein, ein eigentlich enorm krasses Instrument hast, was dein eigenes Instrument, deine eigene Stimme in die Welt hinaustragen kann. So. Und das fand ich halt immer sehr geil. Gepaart mit der Technik, die dahinter steckt und so. Und, äh, wie man eben halt auch Dinge verändern kann. Ähm. Wie man Dinge klingen lassen kann. Sagen wir jetzt mal nur mit einem EQ, wenn man zum Beispiel einen EQ noch mit reinfiltert. Ich mach meinen mal aus. So, das ist jetzt ohne EQ. Klingt ein bisschen muddy und so ein Shit. Und solche Sachen fand ich halt... Alter, du findest ja richtig scheiße. Das ist deine Stimme? Nein. Eklig. Hehehe. 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 Solche Sachen eben halt so. Keine Ahnung. Und das ist, glaub ich, dieses gesamte Ding, warum ich dann irgendwann gesagt hab, boah, ich brauch diese Audiosache für mein Herz. Und, ja, da bin ich irgendwie dran hängen geblieben. Und warum ich Mikrofone sammle, ich weiß nicht. Irgendwann hatte ich drei und dann dachte ich, boah, du bist so doof, du sammelst die Dinger anscheinend. Und dann irgendwann hatte ich fünf, sechs, sieben. Ja. So kam's. Ich weiß nicht. Sammelt jemand automatisch Oldtimer, der sich den ersten kauft? Wer weiß. Keine Ahnung. Ja. Weißt du, wenn wir so Lower Thirds hätten, ne? Dann würde ich bei dir jetzt einblenden, ein Mikrofon Messi. 100 Pro. Ja. 17 Mikrofone. Ja, 17, ja. In etwa. Ich glaube einfach, du hast keine Lust gehabt, die zu verkaufen. Ich glaub, das war so, ah, nee, kein Problem. Boah, jetzt muss ich mich dann wieder mit irgendwelchen Vollidioten rumärgern. So, nee, nee. Weißt du was? Ich leg's erst mal hier hin. Also ich hab, ich muss zugeben, ich hab schon das ein oder andere Mal darüber nachgedacht, auch mal welche zu verkaufen. Aber ich hab's nicht übers Herz gebracht, so. Keine Ahnung. Ich war auch schon kurz davor, hatte schon Fotos gemacht. Aber bevor ich diese Sache dann veröffentlicht hab, hab ich es doch nicht gemacht. Weil ich wollt's dann irgendwie behalten. Irgendwie immer so, im Hinterkopf immer so von wegen, ja, vielleicht verwende ich das ja doch nochmal. Aber, nee. Haben die denn gewisse Mikrofone einen bestimmten Verwendungszweck bei dir? Oder hatte das einen bestimmten Grund, dass du die gekauft hast? Ähm, ja, für einen bestimmten Verwendungszweck eigentlich nicht wirklich. Also ich hab hier immer schon ein bisschen Musik gemacht und hab auch immer, äh, ja, so hobbymäßig mal ein bisschen, äh, da rein gerappt, sag ich jetzt mal. Oder immer mal so geguckt, wie meine Stimme so klingt und hab einfach mal ein bisschen gesungen und so. Aber, ähm, jetzt einen speziellen Anwendungsbereich. Klar ist, ich hab jetzt Broadcast-Mikrofone, die halt geiler sind für den Anwendungsbereich Broadcast und Twitch und so ein Kram. Ich hab aber halt auch Studio-Mikrofone, die ich eventuell verwenden würde, äh, wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal ein Album produzieren wollen würde oder sowas. Also ich wusste halt damals nicht, wo meine Reise hinging oder hingehen wird und, äh, ich hab mir überlegt, vielleicht hab ich ja auch irgendwann mal ein Tonstudio, ähm, und dann kommen da vielleicht auch Leute rein oder so oder Künstler rein. Wie gesagt, ich war jung und, ne, keine Ahnung, das war so ein Traum und, äh, hab mir gedacht, okay, vielleicht lass ich auch mal Leute bei mir aufnehmen oder sowas und das wird vielleicht was Großes. Und, äh, dann kann halt ein Mikrofon für verschiedene Anwendungsbereiche nicht unbedingt schaden oder viele Mikrofone. Ja. Soll ich mal so. Aber, jetzt ist alles nur für mich. Für den Schrank. Für den Flex. Für den Schrank. Ja. Hattest du das schon mal, dass du so ein Mikro bei jemandem gehört hast, YouTube, Streaming, scheißegal, und dann hast du dir gedacht so, boah, das klingt schon geil. Weil, ich glaub, das muss ich mir auch kaufen. Äh, ja, hatte ich. Hat jeder, ne? Beim SM7B. Hattest du das? Ich hab das SM7B einmal ausprobiert an zwei verschiedene, äh, einmal an Mischpulten, einmal an Audiointerface angeschlossen und das klingt bei mir, die Stimme darüber einfach nicht gut. Es mag sein, dass ich's nicht richtig eingependelt oder eingestellt hab oder sowas, aber ich hab's zurückgeschickt. Tut mir leid. Ich find's total toll. Ja, ist ja nicht schlimm. Es mag sein, dass du's falsch eingestellt hast, kann aber auch sein, dass das einfach nichts ist für deine Stimme. Also, wobei ich's mir, und sorry, aber wobei ich's mir beim SM7B sehr schwer vorstellen möchte, weil gerade das SM7B sehr verzeihlich ist, was Stimmen angeht. Also, ob du da ne krechzende Stimme hast, ne Tiefe oder was weiß ich. Eigentlich, äh, eigentlich, äh, kriegst du das mit dem SM7, gerade mit dem SM7B immer sehr, sehr gut, äh, abgenommen. Guck mal, Sammy Deluxe zum Beispiel, klingt unfassbar geil auf dem SM7B, aber auch Michael Jackson hat mit dem SM7 aufgenommen. Das sind halt zwei Stimmen und, äh, so, ne? Ich mein, okay, das kannst du jetzt vielleicht auch bei einem anderen Mikrofon sagen, aber ich finde das SM7B gerade diesbezüglich sehr, sehr verzeihlich. Äh, warum ist das denn so verzeihlich? Also, weil das ist ja nur gerade, also ich würd mal sagen, das ist das Standard-Mikrofon aktuell. Ja, also, was man so auf Twitch sieht und so, ne? Also, ich denke, ähm, ja, verzeihlich her ist es, ich hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung, ne? Also, was das angeht, da bin ich echt, äh, überfragt, warum das so ist, warum ich auch sage, dass zum Beispiel meine Stimme beim SM7B geiler klingt, als bei meinem Neumann U87. Das Neumann U87 ist so Studio-Standard, ist auch ein Preispoint um einiges, um einiges höher als ein SM7B. Ähm, aber ich komm immer wieder zurück zum SM7B, weil, tja, wie soll ich das erklären? Also, erstens, das SM7B ist ein dynamisches Mikrofon. Das bedeutet schon mal, du hast um einiges weniger Probleme, wenn du, ähm, das Mikrofon in einem Raum verwendest, der jetzt nicht unbedingt perfekt schallisoliert ist oder weiß ich nicht, ne? Ein bisschen, ähm, wie sagt man, getweakt, schallgetweakt ist, ähm, weil eben halt ein dynamisches Mikrofon nicht so viel, ja, Raumklang mit abcaptured, sag ich jetzt mal, wie zum Beispiel ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Ähm, und ich finde halt, beim SM7B ist es so, dass du entweder so klingen kannst wie, äh, so ein amerikanischer Radiosender. Also, du kannst das wirklich extrem pushen, wenn man jetzt ja mal nochmal ein bisschen Bass reintritt. Radio. Na, so auf dieses Radio, jetzt neu. Oder eben halt auch schön flat klingen, ähm, dass du eben halt in der Post-Production supergeile Sachen halt später noch machen kannst. Irgendwie, keine Ahnung. Das erklärt jetzt natürlich nicht, warum das so ist beim SM7B, aber das ist auch noch irgendwie so ein bisschen die Magic dabei. Okay, ähm, was hast du, also was hast du denn jetzt aktuell in Verwendung, dass das so klingt, wie es klingt? Äh, oh, das ist ganz schön viel. Ähm, muss man aber nicht haben. Also, ich sag schon direkt von vornherein, das, was ich in Verwendung habe, kommt bei Twitch so nicht an. Durch diese ganze Komprimierung und so ein Shit. Ich hör's anders als der Stream, das ist schon mal ganz klar. Ähm, aber es geht, ähm, es geht von einem SM7B in einen Cloudlifter. Der Cloudlifter ist sozusagen so ein kleines Schächtelchen. Ist in etwa so groß wie, keine Ahnung, eine Zigarettenschachtel in etwa. Ja. Ähm, der ist einfach dafür da, dass er dir noch ein bisschen mehr Gain gibt. Denn das SM7B zum Beispiel ist ein sehr Gain-hungriges Mikrofon. Ähm, dynamische Mikrofone haben eh immer ein bisschen mehr Hunger, weil da keine Phantomspeisung mit eingespeist wird. Aber das SM7B ist, was Gain angeht, teilweise ein bisschen zickig und braucht ein bisschen mehr. Ja, und, äh, der Cloudlifter, ähm, oder auch zum Beispiel ein Fathead gibt's auch, äh, schafft da gut Abhilfe. Der gibt dir, ich weiß gar nicht, ich glaub 22 Gain, ohne dabei anzufangen zu rauschen. Das heißt, du musst deinen Preamp, also deinen Mikrofonvorverstärker nicht so extrem aufdrehen, was Rauschen reduziert. Und daher kommt dieses Rauscharme. Ähm, und von diesem, äh, besagten Cloudlifter geht es dann in einen Goldmic von SPL. Das ist ein, äh, Zwei-Kanal, äh, Preamp. Ähm, ist die Premium-Variante für die Leute, die es interessiert. Und, äh, ja, der kann halt eigentlich so ziemlich alles schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, verschönern. Der hat einen Flare-Schalter, das ist für Stimmenpräsenz. Ähm, hat Röhrentechnologie, das sorgt für schönen, warmen Vintage-Sound. Ähm, hat einen Pad-Schalter und so weiter und so fort. Man könnte auch natürlich 48 Volt Phantomspeisung hinzuführen, äh, speisen. Und, ja, ich, in dem verwende ich halt schon ewig. Ich mag die Produkte von SPL sehr gern, deswegen, äh, ist es der geworden und kein anderer. So, ähm, und in diesen Goldmic, das ist viel, in der Vocal Chain ist sehr viel. In diesem Goldmic im Instrument-Kanal klebt ein EQ. Ähm, der EQ ist von DBX, das ist ein 2-3-1-S. Und, äh, mit dem kann ich eben halt die Frequenzen rein- und rauspegeln. Da ganz kurz vielleicht nochmal, äh, eine kleine Runde drehen. Viele Leute denken immer, und ich gehörte dazu, weil man es einfach vorher nicht wirklich weiß, oder nicht besser weiß, viele Leute denken immer, dass man das Mikrofon EQen sollte. Das ist aber auch totaler Quatsch. Weil, ähm, man sollte eigentlich seine Stimme EQen. Ähm, ich hab das früher immer so gemacht, wenn ich ein Mikrofon hatte und da gibt dann, oder neu gekauft habe, dann gibt's dabei immer so ein Beipackzettel, ja, wie, wie so, wie bei der Apotheke. Da stehen dann, äh, die Frequenzen. Und, äh, du kannst halt eben gucken, welche Frequenz, äh, vom Mikrofon eher aufgenommen wird oder weniger aufgenommen wird. Und da hab ich immer versucht, ein bisschen gegenzupegeln, was absoluter Quatsch ist. Ähm, bis ich mir dann mal wirklich, keine Ahnung, mal eine Stunde oder so Zeit genommen habe und komplett jede Frequenz durchgegangen bin. Also von 50 Hertz bis, äh, ich glaub, 20 Kilohertz. Und hab immer mal geguckt, was klingt gut, wenn ich's reindrehe und was klingt gut, wenn ich's rausdrehe. Und somit hab ich den EQ auf meine Stimme angepasst. Natürlich ist es pro Mikrofon immer noch mal ein bisschen anders, man kann immer noch mal ein bisschen nachpegeln. Aber ja, man sollte immer seine Stimme EQen. Muss man jetzt auch nicht Hardware-bedingt machen, dafür gibt's auch gutes Software. Äh, zum Beispiel sogar bei, äh, OBS gibt's VST-Plugins, also es gilt auch anders und einfacher. So, egal, auf jeden Fall hängt dann da der EQ drin und davon geht's dann noch mal in einen, äh, Composer. Du hast gefragt, sorry. Nee, 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 hoch rein, hoch rein, hoch rein. Davon geht's dann in einen Composer, der Composer ist dafür, ähm, ja, was heißt dafür da? Der Composer ist, ähm, ja, mehrere Geräte in einem. Das ist ein Kompressor, ein Limiter, ein De-Esser, also für die Geräusche, ne, dass jetzt die Esse nicht so scharf sind, ähm, und ein Noise-Gate. Das Noise-Gate, finde ich, ist mit das Wichtigste, weil das eben halt, ähm, ja, sozusagen das Mikrofon schließt, sobald ich nicht mehr spreche. Also ich, äh, höre jetzt auf zu sprechen und schnipse im Hintergrund mit den Fingern. Ihr habt nichts gehört. Wenn ich jetzt das Noise-Gate rausdrehe und höre auf zu sprechen, hört man im Hintergrund die Fingerschnipsen. Hoffe ich, durch Discord und einen Stream. Ja, richtig. Und, äh, das ist eben halt auch, ja, ja, okay. Äh, und das ist eben halt auch das, was, äh, für mich am wichtigsten ist für einen Stream. Noise-Gate, damit man die Tastenanschläge und Klicks und so ein Kram nicht immer so hört. Und, äh, ja, wie gesagt, Kompressor ist einfach, ja, wie erklärt man jetzt ein Kompressor? Der, der nimmt ein bisschen die Dynamik raus. Also ganz grob gesagt, ähm, leise Töne werden angehoben und laute Töne werden ein bisschen abgesenkt, sodass man eine schöne, gleichmäßige Tonspuren im Endeffekt in Anführungszeichen erhält. Und, ähm, ja, der Limiter ist noch, äh, ganz, ganz geil, weil du halt auch mal reinbrüllen kannst, ohne dass es direkt verzehrt, verdammt nochmal! Ja, und von da aus geht's dann von diesem, äh, Gerät wieder zurück in meinen Analogpult. Da werden die ganzen Spuren nochmal gemischt oder beziehungsweise aufgeteilt in Gaming-PC und Streaming-PC. Und, ähm, ja, im Streaming-PC kommst du dann optisch an, in, also ganz normal, einfach adaptiert von analog auf optisch. Und, genau, in den Gaming- oder beziehungsweise in den Musik-PC, äh, kommst du dann im Interface an. Das ist ein Focusrite 18i20. So, das ist die Vocal Chain. Es gibt auch, ich hab dafür auch ein Video gemacht, tatsächlich, aktuell. Wie viel, äh, Watt liegt da an, wenn du deine komplette, äh, Audio... Alles. Ja, alles. Die Welt. Also, also, es ist wirklich so, wenn ich, wenn ich, ich hab ja, ich hab eine so eine Steckdose, das ist so wie so ein, ähm, wie nennt man das? Das, hier ist ein Schalter, nennt man das Totmann-Schalter, der alles einmal auf oder on macht. Ja. Ja? Dann ist es so, äh, so einen Schalter hab ich und wenn ich das anmache und ich hab Licht an, dann geht das Licht ganz, also es wird kurz dunkel für eine Sekunde so. Plupp. Und dann ist wieder da, also da liegt schon ordentlich was dran, ja. Naja, du wirst halt eine hohe Einschaltspannung haben. Die Geräte selber kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die, dass die so viel dann am Stück rausnuckeln, aber das wird sich natürlich auch ein bisschen so, äh, summieren, ne? Ja, ähm, das, das bestimmt, aber da bin ich, dann wird überfragt, da bin ich raus. Mhm, klar. Also so Strom und Spannung, I don't know, keine Ahnung. Glaubst du, glaubst du, man kann mit Software heutzutage da, äh, auch einiges, ähm, was du hardwaremäßig machst, viel, also dagegen steuern, beziehungsweise das, das auch, äh, äh. Du meinst so simulieren? Ja, ja, klar. Also es gibt ja mittlerweile von, von vielen Anbietern, ob das jetzt, du hast gerade ein VST-Plugin angesprochen von OBS. Es gibt, äh, mittlerweile, ob das jetzt Elgato ist oder auch diverse, die, äh, die eine eigene Software rausgebracht haben und da kannst du auch eine Menge einstellen. Natürlich nicht so explizit und nicht so genau und nicht so, nicht so im Detail, aber das geht schon mal so in die Richtung, ja? Ja. Ja, schon. Also, ähm, für den Streaming-Bereich weiß ich gar nicht so wirklich, also mit Sicherheit, weil es gibt ja zum Beispiel diese Sachen vom GoXLR, ja, äh, von TC, ähm, die haben ja auch eine Software, die ist super geil, du kannst ja ein bisschen EQen und auch ein bisschen Neues geht und so ein Krams einschalten und so. Ähm, aber für den Live-Betrieb habe ich mich da noch nie so mit auseinandergesetzt, weil ich es alles Hardware-mäßig hier stehen habe. Ähm, was auf jeden Fall funktioniert, ist in der Post-Production, das ist ja auch eigentlich der Standard, ne, dass man halt flat aufnimmt und dann alles in der Post nochmal macht. Abgesehen jetzt vielleicht von einem Neues-Gate, klar, du kannst auch in der Post-Production gaten, aber ist irgendwie so ein bisschen, hm, ne, also ein bisschen sinnfrei. Ähm, aber, also, wieso sollte das nicht im Live-Betrieb gehen, wenn es nicht in der Post geht? Also zumindest die Plugins dafür zu verwenden, weißt du? Also ich habe früher, äh, angefangen, das war die günstigste Variante, da gab es noch, äh, die Software Reaper und, äh, damit konnte man das alles über Software regeln. Also das ist auch ein sehr guter, guter Anfang, weil die ist live, long, for free. Man muss nur irgendwie... Reaper ist ganz okay, ja, auf jeden Fall. Also für den Anfang fand ich das eigentlich damals richtig gut, weil da ist halt, äh, da sind die ganzen, äh, Kompressoren auch drinne und... Genau, genau, ja. Das hat das, äh, der SC-44 von, von T-Bone damals echt zu einem relativ guten Mikrofon gemacht, muss ich sagen. Ging das denn live? Ja. Oder in der Post? Ne, das ging live, ja. Ja, nice, das ist doch geil, ey. Man muss... Cool, wenn das live abgegriffen werden kann, konntest du das dann in, in die Streaming-Software mit einbinden? Ja, konntest du. Also du musst... Ja, super, ey, ja, guck mal, das ist doch genial. Du musstest halt, äh, mit dem Mikrofon in die Software, die Software hat das geregelt und dann bist du in, äh, musstest du leider Virtual Audio Cable benutzen und das konntest du... Ah, ja, 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 check, check. Mhm, verstehe. Also man musste halt ein bisschen rumdödeln, äh, damit das funktioniert, aber, äh, das fand ich perfekt. Das fand ich persönlich eigentlich immer ziemlich cool. Das hat mir eine Menge Geld gespart am Anfang. Ja, das ist definitiv. Reaper heißt das, Reaper.fm. Reaper, ja, ich lese auch gerade bei dem Chat, Master-Schalter heißt es, genau. Totmann heißt, wenn ich nicht aktiv etwas tue, geht's aus. Ja, genau, genau, Master-Schalter, richtig. Also damit hatte ich... Wo ich vorhin kurz, äh, gequatscht hatte. Ja. Moment mal, ein Totmann-Schalter ist doch normalerweise, du hältst, äh, du hältst einen Knopf gedrückt und sobald du loslässt, es, äh, wird beispielsweise eine Bombe gezündet, oder... Stimmt, ist das nicht dieser typische Action-Film, ich spreng alles in den Luftschalter? Ja. Dann warum hast du ihn ja nicht gleich so genannt, Mann? Wirst du die ganze Zeit einen Knopf drücken, damit dein Sound anbleibt? Nein. Ja, vielleicht. Vielleicht drück ich gerade. Das war... Habt ihr das auch früher immer so gehabt, wenn ihr, als ihr kein Noise-Gate hattet, dass ihr, dass ihr sehr komisch ins Mikrofon gesprochen habt, damit ja nicht die Tastatur so scheiß gehört wird? Also du wahrscheinlich nicht, Stefan, oder, am Anfang? Aber... Nee. Ey, ganz am Anfang hatte ich das noch nicht mal so angeschlossen, dass ich mir selbst höre. Also ich hatte nicht mal Direct-Monitoring aktiv. Digga, ich höre mich heute noch nicht mal. Echt jetzt? Boah, das könnte ich nicht. Ich weiß, Dizzy auch. Und ich gehöre zu den Leuten, ich will mich nicht die ganze Zeit hören. Ich stelle das einmal gescheit ein. Ich achte immer zwischendurch auf meinen Pegel, den ich hier zum Beispiel bei OBS sehe oder auch auf meinem Mischpult. So, und sobald ich da in so einem gewissen Bereich bin, dann, also, ne, das habe ich ja vorher gemonitert, dann weiß ich, okay, ich bin ungefähr so und so laut. Und natürlich passt das nicht so ganz. Also, wenn ich jetzt mein Mikrofon dann über mein System angeschlossen habe, dann habe ich das auf einem Kanal. Und wenn ihr jetzt sprecht, seid ihr ja quasi nur auf meinem, in Anführungszeichen, Desktop-Audio-Kanal. Und natürlich passt das dann nicht so hundertprozentig genau dann zusammen, aber im Grunde schon. Aber du hörst ja auch gar nicht, wenn mal irgendwie was ist, so ein, keine Ahnung, so ein Brummen oder sowas. Das sagt mir mein Chat schon. Keine Sorge, das sagt mir der Chat-Instance. Hm, du hast da, ich hatte zum Beispiel mal... Alex, du klingst scheiße. Genau, das höre ich täglich. Ne, aber ich hatte mal so das Problem, dass, es gibt ja nicht sowas wie ein synchrones Kabel. Gibt's ja nicht. Aber es wird trotzdem unter dem Namen Synchrones Kabel verkauft. Ich hatte das Problem, dass ich meinen DBX mit dem Mischpult verbunden hatte mit einem ganz stinknormalen Patch-Kabel, also ein ganz normales Klinken-Kabel. Und das hat immer funktioniert. Und das war auch, ich habe das nicht anders verlegt, aber von einem auf den anderen Tag haben manche Leute immer so ein komisches Surren gehört, so einen hochfrequenten Störton halt. Und ich höre in den Stream rein und ich denke so, was ist denn das? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe mich selbst gemonitort, da war es nicht. Und das, also das hat echt ein paar Tage gedauert, bis ich es dann rausgekriegt habe. Und dann habe ich einfach nur mal nach, in Anführungszeichen, Synchrones Patch-Kabel gesucht. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger in echt heißen. Aber auf jeden Fall, das war dann das Rätsel Lösung, ne? Ein 5-Euro-Kabel, yay. Ja, musst du mal überlegen. Also, das Synchronste, was du machen kannst, ist Geräte beim MIDI-Connecten. Aber das macht ja hier keinen Sinn. Das stimmt. Wie kannst du dich selber nicht monitoren? Ich, 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 ich habe eigentlich ein relativ empfindliches Gehör und ich will nicht meinen Gesäbel den ganzen Tag hören, so. Du hörst dich doch sowieso selber, weil dein Körper doch der Resonanzkörper ist und das in deiner Rübe drin ist. Okay, okay, Stefan, es geht jetzt wieder los, warte, warte, das ist wieder so eine, das ist wieder so eine, so eine Standard-Situation. Das ist mir scheiße, mir ist das scheißegal, ob du das gut. Ja, okay, okay. Nein, 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 also ich, ich, ich monitor mich selber, wenn ich, das ist ja quasi nur ein Schalter, dann höre ich mich selber, ne? Das ist kein Problem. Aber, ähm, ähm, äh, also ich monitore mich nur selber zum, 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 zum Einpegeln. So und danach, äh, wenn ich jetzt nicht hier irgendwie zehn Meter von meinem Mikrofon weggehe und halt total leise werde, so, was ich ja auch sofort sehe, dann, das muss ich ja nicht dann irgendwie monitoren. So und, ähm, Thema Brummgeräusche, Störgeräusche oder sowas, ich hab nicht den Anspruch, ähm, eine Produktion auf YouTube, äh, auf Twitch jetzt zu machen, bei dem, bei dem das irgendwie so Fernsehstandards hat. Ich will natürlich einen guten Klang haben, ich will natürlich einen guten Ton haben, aber wenn es mal zu so einer Störung kommt, ob das jetzt ein ausfallender PC ist oder, ähm, in dem Fall ein Störgeräusch oder sowas, das teilt man mir dann schon sehr zeitnah mit. So, also ich, ich glaube nicht, dass ich schon mal so Störgeräusche hatte, die man mehrere Tage gehört hat und dann hab ich es zufällig beim Reinhören im VOD gehört. Also unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Das stimmt schon. Du kontrollierst damit aber auch deine Stimme, ne? Also du kontrollierst dich damit selber, weil du dadurch deine Stimme, äh, an manchen Stellen vielleicht anders belastest und, äh, vielleicht an richtiger Aussprache arbeitest und so weiter und so fort. Also wenn es in Tarkov regnet, äh, versuche ich lauter zu sprechen, weil es mir mega auf den Sack geht, diesen Regen die ganze Zeit zu hören, ne? Ja, aber der Regen in Tarkov, das ist doch einfach, das ist doch kein Maßstab, der ist einfach, der ist schlimm. Hey, die haben den schon mal ein paar Prozent leiser gemacht und ab dem Schlitter war er wieder laut. Aber hör auf, ey. Ja. Ja. Das ist echt verrückt. Nee, ich verstehe das. Also sich selber monitoren macht absolut Sinn, damit man auch versteht, wie laut man im Vergleich zu dem Gameplay ist oder, ähm, zu anderen Gesprächspartnern, ne? So in dem Richtung, in der Richtung. Und ich, ich finde es auch immer schlimm, wenn ich selber bei anderen Streamern höre, dass, ähm, der Streamer relativ leise ist und die Gesprächsteilnehmer sind unfassbar laut, so, ne? Andersrum fände ich es sogar besser, weil man will ja bei dem Streamer zuhören und nicht seine Gäste oder wie auch immer. Ja, das stimmt. So einer bin ich immer. Ja. Ja, meine Gäste sind immer lauter. Immer alles erstmal auf Null pegeln und dann gucken. Genau. Okay, was? Haben auch viele Pulte einen extra Schalter für der PFL-Schalter. Kannst du die Signale immer schön einmal einzeln sehen? Aber wo wir, wo wir, wo wir gerade davon gesprochen haben, weil, also, vielleicht kann man sich ja mal darüber austauschen, was, 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 was denkt ihr, wäre, wäre so ein Standard, was man haben sollte heute? Also, wenn wir wirklich jetzt mal so in uns gehen, was sollten Menschen haben? Naja, also, kommt immer drauf an, ne? Also, kein gutes, also, egal, was für ein Mikrofon, wenn der Content langweilig ist, ist es auch egal, ne? Also, das schon mal von, von vorne rein gesagt wird. Ja, na, wir gehen mal davon aus, ist, ist, ist okay. Hey, okay, sei okay, ist super geiler Content, perfekt, okay. Ähm, ja, ich finde, da spielt sehr, sehr oft aktuell die Rolle, dass viele Leute über mobile Geräte gucken und auch nicht über Kopfhörer und über das Handy, ähm, oder über so ein Tablet, wobei die iPad-Lautsprecher schon recht ordentlich sind, aber darum geht's ja nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass da jemand raus hört, ob jetzt da jemand in ein SM7B spricht, in ein sehr gutes, äh, Headset oder, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar eine Webcam, je nachdem wie der Raum, äh, ausgestattet ist, so, weißt du? Ähm, deswegen finde ich immer so, das ist eigentlich erst mal so ein Ding des eigenen Anspruchs, so, wie möchte ich klingen, wie professionell möchte ich streamen oder produzieren? Ähm, und dann erst so, yo, lohnt sich das für mich? Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. So, klar, ähm, teuer ist nicht immer besser, das auf gar keinen Fall, ich hatte vorhin schon, äh, angesprochen, Neumann U87, klingt bei mir nicht so geil wie ein SM7B, ähm, von daher sollte man immer auch gucken, was hat man für eine Stimme, welches Mikrofon ist für mich da gut geeignet, keine Ahnung, man kann ja mal reinquatschen und wenn's nicht gefällt, dann schickt man's halt zurück, siehe Alex, oh, und, äh, das, also, es muss ja auch nichts extrem Teures zum Anfang sein, so, finde ich. Absolut, ja. Was, was war nochmal die Frage? Was für ein Standard, 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 was für ein Standard man so haben sollte, so, also, was, was da so Sinn machen würde, oder, ich weiß, haben sollte, das klingt immer so ein bisschen komisch. Ja, haben sollte, das ist, ja, genau, das ist so, ja, du brauchst den BMW, weil du kannst nicht mit dem Opel, weißt du, so, ist immer so. Ja, Mann, ihr wisst doch, was ich meine jetzt, ihr flattert doch die Frage nicht so auseinander. Ja, aber das wird, das wird, das wird aber gerne sofort falsch verstanden. Das stimmt nicht einfach, Alter, kannst du so eine Frage stellen? Entschuldigung. Es geht ja automatisch so in die Richtung so, ja, der Stefan und der Nils, die haben aber gesagt, du musst mindestens ein Tausende Euro gewidmet haben. Das meint ja keiner von euch. Keiner, keiner, keiner will ja irgendwie sagen, hey, wenn du das Stream anfangen willst, also, pass mal. Okay, pass auf, ich stelle die Frage, ich stelle die Frage nochmal um. Was, der, was wäre logistisch, also nicht logistisch, aber was wäre der erste Schritt für einen Upgrade für sein Ton? Ist die Frage genehm? Ja, XLR-Mikrofon und Interface. Ah. Ich würde weggehen von, ich würde weggehen von USB, weil du über USB, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, immer dazu gezwungen bist, ist alles, was du haben möchtest, EQing und bla bla bla, über eine Software zu regeln. Vielleicht gibt es da mittlerweile auch, äh, Sachen, keine Ahnung, Pulte, in die du ein Mikrofon per USB stecken kannst. Wäre mir neu, aber, ne, man lernt nie aus. Ähm, gibt immer Leute, die sich noch besser auskennen, ist halt immer so. Aber ich würde halt einfach sagen, von, also von einem Headset oder von einem, ich sag jetzt mal günstigen, ähm, USB-Mikrofon, viele benutzen zum Beispiel so einen Auna-Mic, ja, so ein 900B oder wie das Ding heißt, I don't know, ähm, würde ich vielleicht auf ein XLR-Mikrofon umswitchen und einen Interface. Das macht aber jetzt natürlich auch schon wieder extreme Unterschiede. Was für ein XLR-Mikrofon, was für ein Interface, was will man damit machen, was brauche ich, bla bla. Bla, viele Leute greifen zum, ähm, äh, wie wir eben schon gesagt haben, äh, YouTuber-Mikrofon, Rode NT1A, ähm, und denken dann, die haben jetzt das absolut krasseste Großmembran-Mikrofon und voll geil und super nice, ist ja auch ein gutes Mic, okay, cool, aber dann schließen sie es an und du hörst halt einfach die Küche von drei Zimmern weiter, so, und dann fragen sich die Leute so, hey, what the fuck, wieso denn das jetzt, Alter, so eine Scheiße, äh, Kack-Mikrofon zurück. So, man kann jetzt natürlich nicht davon ausgehen oder man kann auch nicht verlangen, dass sich die Leute damit auskennen, sondern die holen halt das, äh, was die breite Masse sich vielleicht geholt hat und da sind, keine Ahnung, 7000 Bewertungen und die sind alle super. Ähm, aber es gibt natürlich extrem viele Unterschiede, gerade bei Mikrofonen. Es gibt verschiedene Charakteristiken, äh, Nierencharakteristik, das, äh, greift, äh, die Front ab. Es gibt die Charakteristik 8, da kannst du vorne und hinten reinsprechen, aber dafür werden die Seiten nicht wirklich abgegriffen vom Mikrofon. Ähm, es gibt die Kugelcharakteristik, die greift den ganzen Raum ab. Ein Kugelmikrofon kannst du zum Beispiel, ähm, in einem Konferenzraum über den Tisch runterheben, hängen lassen, sowas in der Art, äh, es gibt Superniere, Hyperniere und so weiter und so fort. Richtmikrofon, dynamisches Mikrofon, Bändchenmikrofon, äh, Broadcast-Mikrofon, äh, ne? Und, ähm, ganz wichtig, und das sag ich immer, ruft bei so Musikhäusern an. Musikstore, Thoman, die beraten gerne, die nehmen sich Zeit, die beraten gut, die sind da vom Fach, die Leute. Und dann kann man gegebenenfalls direkt das, was man empfohlen bekommen hat, ähm, direkt bestellen. So. Aber ich, also jetzt ich für meinen Teil würde sagen, gerade was Streaming-Upgrade angeht, ist wechseln auf ein XLR-Mikrofon, am besten ein dynamisches, wie zum Beispiel ein Shure SM58. Ein SM58, ich, glaub, ich muss, ich bin, äh, muss ich Werbung eigentlich sagen, wenn ich mit Shure verpartnert bin? Ich weiß nicht, wie das ist. Ich sag mal Werbung. Also ein Shure SM58, ähm, das ist ein Handheld-Mikrofon, ist eigentlich ein Bühnen-Mikrofon, kann man aber ähnlich klingen lassen wie zum Beispiel ein SM7B. Ähnlich, nicht gleich, ein SM7B hat immer seinen eigenen Klang. Ähm, und dazu dann vielleicht so ein Mikrofon-Arm und noch ein Interface, wie ein, ich sag jetzt mal Steinberg UR22, äh, Focusrite 2i2, auch ein geiles Interface, aber aktuell, ähm, kleiner Hinweis, die Treiber von Focusrite machen aktuell Probleme bei Windows. Also auch, wenn ich irgendwie gleich mal kratzen sollte, einfach sagen, dann muss ich das komplette Interface einmal neu starten. Keine Ahnung, gab's immer noch keinen Hotfix. Ähm, oder halt so ein kleines Pult. Behringer. Viele Leute sagen immer, ey, Behringer, nee, Mann, man hört immer die Rauschen, will ich nicht kaufen, bla bla, Behringer, keine Ahnung. Also wenn man damit umgehen kann, dann rauschen die eigentlich im Recording-Bereich nicht wirklich. Also, weil es kein Front oder so, sondern es ist halt einfach, weil viele Leute auch einfach nicht besser wissen, dass Gain zum Beispiel nicht gleich Lautstärke ist. Ja, ähm, Behringer, so ein kleines Xenix-Pult oder ein AG 03 von Yamaha. Nee, ist platzgleich. Was denn? Nee, nee, ist platzgleich. Du hast gerade, du hast gerade seine Lieblingsmarken genannt, was Mischbulte angeht. Nee, Yamaha ist gut. Also ich würde niemals, also Entschuldigung, aber Behringer würde ich niemals jemanden, nee, nee. Behringer? Wirklich nicht? Nee. Ich hab ein, also ich hab zwei. Behringer ist gerade im Recording-Bereich. Ich hab zwei. Ich hab gerade gekriegt. Wer denn jetzt? Ja, mach du. Ich hatte zwei, hatte ich davon zu Hause und ich war, also ich kenn den Unterschied zwischen Gain und Lautstärke und das war eine absolute Vollkatastrophe. Also ich hatte so, ja, ich hatte so viel Fiepen und boah, das war eine Katastrophe. Zweimal. Ja, guck mal. Ich hatte, ich hatte bis jetzt drei Behringer-Pulte, aber nur, weil ich immer größer gehen wollte, sprich von Channel-Anzahlen und ich hatte bei dreien keine Probleme außer, dass alle gewackelt haben. Also die Standfüße waren immer irgendwie, alle drei haben gewackelt auf dem Tisch, alle. Und ich finde also Behringer im Recording-Bereich, gerade was den Digital-Recording-Bereich angeht und nachdem sie auch da mit Midas zusammenarbeiten, finde ich, Behringer kann man eigentlich mittlerweile wieder easy peasy holen. Vor allen Dingen so das X32 oder das Behringer Wing, aber das sind auch wieder ganz andere Anwendungsbereiche. Das Behringer Wing ist zum Beispiel ein riesiges Digitalpult, das kannst du auch als DAW, also als Digital Audio Workstation. Darunter zählt sowas wie FL-Studio oder wie du auch gesagt hast, Reason und so ein Kram. Damit halt steuern. Aber, ja, keine Ahnung, also wie gesagt, wenn man damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, ich verstehe es, ist klar, dann würde ich sagen, gut, dann du am besten nicht mehr, weil war halt kacke für dich so, easy. Dann sagen wir einfach Behringer-bedingt, ja, kann ja immer was sein. I don't know, aber Yamaha, Yamaha geht auf jeden Fall klar. Aber eben ganz kurz zurück zu den USB-Mikrofonen, die man an den Mischpult anschließend kann. Also, ich glaube, wenn das jemand mitbekommt, dann bist du das von uns dreien wahrscheinlich eher du. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ein Mischpult aufgebaut sein muss, dass man USB-Mikrofone anschließen kann. Stell dir mal vor, so, ja, ich mache ein Mischpult an. Ja, da muss ja Windows erstmal hochfahren auf dem Mischpult, damit es die Mikros verwendet. Also, ich meine, mir ist schon klar, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, ein kleines System da drauf hast, was auch immer aufgebaut ist, auf dem Raspberry oder was auch immer ist, ja, dass man Mikrofone anschließen kann. Aber spätestens dann, wenn es keine, also, wenn es sich nicht, also, wenn du einen speziellen Treiber dafür brauchst, den es für dieses System da nicht gibt, dann bist du halt gekniffen. Also, USB-Mikros? Du kriegst Adapter dafür. Also, in der Theorie, also, USB gibt Sound und USB gibt Strom. So, XLR gibt Sound und über Phantomspeisung Strom. Das heißt, also, ich habe auch keine Ahnung, ich denke auch ähnlich wie du, aber theoretisch müsste es doch möglich sein. Also, ich glaube nicht, dass du dafür, wenn das Mischpult einen USB-Anschluss für USB-Mikrofone hätte und Plug and Play zulässt, wäre es doch eigentlich, also, steck's rein, ist Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, da ist aber ein Gedankenfehler grundsätzlich drin, weil ich denke, die meisten USB-Mikrofone sind ein Mikro, da ist dann ein kleines Audio-Interface mit in dem Mikrofon verbaut und es wird quasi nur USB, also Universal Serial Bus, wird also nur ein Datenstrom an den Computer geschickt und kein Sound in dem Sinne. Und was bedeutet, der Computer auf der Gegenseite braucht einen Treiber, um zu verstehen, was das ist. Natürlich gibt es generische Treiber, die dann, schließt es an, du brauchst keinen speziellen Treiber und es läuft als Standard-Mikrofon, aber mehr dann auch nicht. Deshalb, also, anders gesagt, selbst wenn es Mischpulte geben würde, an denen man USB-Mikrofone anschließen kann, wird es immer wieder Kompatibilitätsprobleme geben. Wahrscheinlich. Und wenn überhaupt, dann eh nur ein Digitalpult, weil ich glaube, an einem Analogpult, wofür, also ich habe bei meinem Analog einen USB-Anschluss zum, ich glaube, das kann ich noch nie verwendet, ich glaube, für ein iPad zum Recorden oder so. Mhm. Das ist aber auch alles. Also ich meine, so rum geht's, aber okay, wenn du auf einen USB-Stick aufnimmst, ist halt was anderes, als würdest du in den USB-Mike reinsprechen und das Pult muss das verarbeiten. Logisch. Also, ja, wie du schon sagst, ich glaube, da ist ein genereller Gedankenfehler einfach drin. Theoretisch möglich, aber wahrscheinlich eher doch nicht. Weißt du, was ich meine? Also Adapter gibt es? Ja. USB auf XLR? Ja, ja. Aber was? Ich habe gerade gegoogelt. Ja, aber das ist dann doch auch wieder nur ein, also von USB-Mikrofon auf XLR-Adapter, meinst du, ja? Ja, ja. Das wird nichts anderes als eine kleine virtuelle Soundkarte sein. Also nicht eine virtuelle, das wird auch nichts anderes als eine Soundkarte sein, ne? Wahrscheinlich. Wie das dann, naja. Egal. Also Sinn macht es auf jeden Fall nicht, sagen wir mal so. Ne. Ich hätte damals, hätte ich gerne, wisst ihr, was ich gerne gewusst hätte? Dass das Rode Procaster so ein gutes Mikrofon ist. Das hätte ich früher gerne gewusst. Weil das ist, glaube ich, eher so ein Anwendungsbereich, weil du ja wieder die Charakteristik hast, dass du oben reinsprechen musst, wie beim, äh, beim, äh, Dings hier, Elektro-Voice. Ja, Front-Adress, glaube ich, sagt man. Genau. Dass du, dass du halt direkt oben reinsprichst und, äh, dass du nicht alles aufnimmst. Oh, ich hab mich, ich hab so gekotzt bei dem. Ich war nämlich genau dieser, Stefan, den du beschrieben hast. Boah, alle haben das, Alter, richtig geil, Junge. Zu Hause aufgebaut über der Tastatur. Fuck, man hört ja alles, ey, das ist ja richtig scheiße. Ja, und dann, äh, ich hab's behalten, ich hab's irgendwann verkauft. Äh, ich hab aber, ähm, äh, ich hab dann, äh, mir ein anderes geholt irgendwann. Und darüber hab ich mich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht gewusst habe. Aber da ging auch bei mir los, okay, ich muss mich da noch ein bisschen mehr in die Materie reinballern, so. Das hat man aber sowieso regelmäßig in den Communities. Also wir hatten mal jemanden, mit dem wir häufig zusammengespielt haben, und der klang halt wie, als wenn er in der Kirche arbeiten würde oder sitzen würde, so, ne? Und der hatte halt einfach nur sein, in T1A war das, glaube ich, einfach nur nicht falschrum aufgehört. Ja, hatte ich auch einen. Der hat einfach für nie auf die Rückseite reingesprochen. Ja. Oder es gibt auch einen Streamer, der mir gerade einfällt. Da ist aber so ein kleiner goldener Rode-Knopf drauf. An die Seite wird gesprochen. Genau, allerdings, ja, das stimmt, aber speziell bei dem Rode Procaster ist der goldene Punkt auch an der Seite. Ja, aber ich glaube, der zeigt aber nach vorn, oder? Also es gibt zum Beispiel das Podcaster, das ist ja das Weiße davon, also das ist die USB-Variante. Ich glaube, da zeigt der Punkt nach vorn. Also ich habe das Procaster hier gerade auf, das iXLR-Version, und da zeigt der Punkt. Oh, lol, ehrlich? Ja. Aber du sprichst von oben rein. Du sprichst von oben rein, ja. Also ganz ehrlich, das ist zum Monitoring zum Beispiel perfekt, ne? Also nicht das Mikrofon, sondern du kriegst ein Mikrofon, du schließt dein Mikrofon an, du setzt dir einen Kopfhörer auf, du hörst das, was du reinsprichst, und dann sprichst du einfach von allen Seiten rein. Und dann sprichst du halt nicht, ja, ich möchte aber von der Seite reinsprechen, so, ja, viel Spaß bei dem, das geht halt nicht. Also, geht schon, aber du klingst halt nicht. Das machen auch viele Leute beim SM7B oder so. Dass sie es einfach nicht wissen und von der Seite reinsprechen. Ich finde das SM7B ohne den ganzen Schaumstoff außen rum, sieht super sexy aus. Das sieht so, das hat so einen Darth Vader-Look. Ja, sieht so aus wie so eine Öllampe sieht das dann aus. Ja, 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 genau, genau. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das zufällig gestern in einem Musikvideo gesehen, wie da so eine Sängerin rein spricht hinter so einem Popschutz. Das sieht super gut aus. Ja. Das machen die aber auch wirklich extra, weil, also, wenn du jetzt wirklich komplett auf Recording und so ein Shit gehst, der Windschutz nimmt immer ein bisschen weg. Ist klar. Klar. Und viele schwören darauf, dass es ohne noch besser klingt. Ich habe erst mal rote, Quatsch, Schuhe SM7B naked eingegeben. War ein Fehler, oder? Ja, war ein Fehler. Und? Verlauf löschen. Das nicht, aber, also, es ist schon das Mikrofon da, aber, naja. Liegt auf einer nackten Frau, oder? Ja, ich habe aber trotzdem kein Bild gefunden ohne den Popschutz, Mann. Das ist ja die Scheiße daran. Oh, geil. Ja. Ja, Schuhe macht es aktuell ganz geil mit dem MV7, was sie jetzt neu gelauncht haben. Das kannst du halt mit XLR und USB anschließen. Ich habe das hier, ich habe das mal getestet. Das klingt natürlich nicht wie ein SM7B, auch wenn es optisch recht nah kommt. Aber das ist, also, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Vor allen Dingen, weil du eigentlich auch nichts brauchst. Das kommt halt auch mit einer Software, wo du noch ein bisschen nachbearbeiten kannst und sowas. Also, Schuhe MV7 momentan echt tiptop. Ich habe leider bisher nur Streamer gehört, die das nicht eingestellt haben. Also, so angeschlossen, zack, läuft. Und da hast du halt, dieser typische Effekt, wenn du deinen Kopf so, ich sage mal, 10 Grad drehst und auf einmal ist die Stimme 90 Prozent leiser. So, weißt du? Aber das ist ja eigentlich auch geil und soll ja auch so sein. Wegen Tastatur und so ein Kram, weißt du? Ja. Deswegen habe ich mir so ein Ding angeschafft. Deswegen habe ich meins am Kopf. Das war für mich, also ich habe einfach irgendwann, weil ich möchte halt auch einfach gerne mal so richtig schön scheiße rumfläzen. und nicht die ganze Zeit das Ding immer vor die Fresse ziehen. Das hat mich irgendwann echt extrem gestört, muss ich sagen. Ja. Ich war ja auch eine Zeit lang mit Headset immer unterwegs. Ja. Also mit XLR-Kommendatoren etc. Das BioDynamic hattest du, ne? Genau, 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 richtig. DT797PV. Ich glaube, das hatte Alex auch mal eine Zeit lang, oder? Welches? Das BioDynamic Headset? Ja, ich hatte mehrere. Das Blaue, das DT797 mit dem Kondensator-Mic dran. Das habe ich, das benutzt IGA ja auch, ne? Ja, 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 genau. IGA kriegt ja eine unfassbare Qualität aus, das habe ich nie so gescheit eingestellt bekommen. Ja, das ist einfach nur am DBX? Ja, aber ich habe, ja, okay. Der hat es wirklich nur am DBX? Mehr ist ja, ist Wahnsinn. Verstehe ich, aber ich habe ja nur einen DBX, nicht wie andere Menschen, die dann sofort mehrere. Ne, ich habe, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich habe das nie so gescheit eingestellt bekommen. Ich habe, davor habe ich das MMX 300 sogar eine Zeit lang benutzt. Und das ist immer so ein Tiff Cloter-Moment, so von wegen so, ja, braucht man gar nicht. Ich habe mir ein MX 700 geholt. Ja, da muss man dann auch schon das richtige Mainboard haben. Also, ne? Je nach Soundkarte und so weiter kann das mal gut und schlecht klingen. Ne, ne, bei mir klingt das total super. Dann sage ich so, ja, ich habe das bei mir an drei verschiedenen Computern angeschlossen. Eins macht das, hat das Signal total laut, aber klingt ein bisschen übersteuert oder ein bisschen rauschig. Das nächste ist mega leise und beim anderen klingt das irgendwie, als wenn ich so ein 10-Euro-Bildo-Headside-Mikro dran hätte, so, ne? Also, ja, ja, das ist, ja, das macht sehr, sehr viel Unterschied. Also, Sound kommt immer gut raus, aber nicht immer gut rein. Das ist echt krass. Ja. Ich schicke dir mal eben kurz einen Link zu dem Bild mit dem Mikro ohne, also uns allen dreien hier, ne? Ja, danke. Dann können wir es mal... Gerne, gerne. Schön. Ach so, doch, dann habe ich das doch gesehen. Oh. Also, der... War es ein Abgelenk von dem Rest auf dem Bild, wa? Ne, ne, also es war nichts Schlimmes... Entschuldigung, Alex, es war nichts Schlimmes da. Also, es war nur nicht das Mikrofon nackt, also, alles gut. Sorry. Der Supergriff würde lauten, SM7B ohne Popschutz. Ja, ich fand Naked geiler. Ich google immer in Englisch. Sorry, ich bin immer so Computer-Englisch. Right. I like... I like... Well, it's kind of funny because... Oh. Stimmt. Ne, ich hab, äh, das, das, ähm... Biodynamics 797 hab ich echt lange benutzt und das war auch cool, aber irgendwann hat's mich dann gestört, dass ich, ähm... Also, irgendwann hat's mich einfach auch bei so simplen Sachen wie, du, ab und zu bist du mal, du isst was und du stößt immer an, Kabel ist auch so ein Ding. Das Kabel ist furchtbar. Ich hatte noch nie ein Kabel, was sich so aufgerebbelt hat, wie das von dem Headset. Aber das hat doch ein glattes Kabel. Ja, das ist ja jetzt hier die Frage. Wieso? Ich hab keine Ahnung. Ich steh voll auf diese Telefonkabel. Spiralkabel. Beste. Oh, nee. Äh, da gab's ja auch... Von Beidung, die gab's ja auch die, ähm, hier, ähm, 990 oder sowas, ne? Ich hab extra die Version ohne dieses scheiß Spiralkabel gekauft. Das ist so ein DJ-Ding, versteh ich. Da macht's auch Sinn. Aber beim Streamen, boah, das ist doch zehnmal so schwer. Das zieht doch die ganze Zeit immer so... Quatsch. Wie kann denn das Kabel schwerer sein? Das ist nur das gleiche Kabel, nur halt nicht so lang, weil's aufspiralisiert ist. Ja, weil es durch aufspiralisiert ist, hängt ja quasi das Gefühl, das ganze Kabel in der Luft, also zieht das gesamte Gewicht nicht runter. Währenddessen, wenn es glatt wäre, wäre es ja sofort auf dem Boden, also deutlich schneller und der Rest wäre dann... Ach so meinst du, sehr okay, ja. Ja, hab ich keine Probleme damit. Ja, Entschuldigung. Hast du keine Nackenmuskulatur? Nein, hab ja nicht, ey. Wo ist der Stirnacken, Alex? Das ist eine gute Frage. Ich suche später mal. Okay, gut. Also wenn wir auf das ursprüngliche Thema ganz kurz wieder zurückkommen, einer muss ja den Spaßfriber sein, also zum Thema, was sollte man heute schon haben? Ganz ehrlich, solange es Streamen gibt, die 5000 Zuschauer haben oder wie viele auch immer, die mit ihrem letzten Billow-Handy sich streamen und Leute sind zufrieden, gibt es das nicht, was man haben sollte oder muss, aber wenn der eigene Anspruch, und das fand ich vorhin ganz gut, dass du gesagt hast, wenn der eigene Anspruch halt irgendwie ist, du möchtest halt einen wirklich schönen, sauber klingenden Stream halt irgendwie haben, dann lautet die Antwort, dann musst du dich damit auseinandersetzen. So, es gibt nicht die perfekte Lösung und wie du auch vorhin schon gesagt hast, Musikhaus anrufen und einfach mal sagen, hey, ich hab das Budget, ich möchte das und das machen. In der Regel kriegst du da schon eine gute Beratung. Ja. Ich hab einmal bei Thomann keine gute Beratung bekommen, aber ich glaub, der Typ hat einfach schlechte Laune gehabt, ja. Das kann das ganz sein. Einmal. Ich hab da noch nie angerufen. Wow. Ich mein, was ich haben will, ich brauch nie. Nein, 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 nein. Ich google das in Englisch. Mann. Ich hab, ihr Penner, ey, ne, ich hab das einfach einmal gekauft und hab mich dann damit mal so auseinandergesetzt dann. Einfach kaufen, auseinandersetzen? Ja. Finde ich geil. Mach ich heute noch. Also wie gesagt, ich hab alles das, was ich so kann, hab ich mir irgendwie selbst beigebracht so und ich find das voll geil, wenn man die Dinge selbst erlernt. Also wenn ich mir zum Beispiel ein neues Gerät hole für, für das Rack oder so, sei es ein neuer Preamp oder Sumi, egal, ähm, ich versuche keine Tutorials zu gucken und dreh erstmal so an allen möglichen Knöpfen, weil eigentlich, Angabe ohne Gewehr an dieser Stelle, aber eigentlich gilt, solange du ein Kabel da reinsteckst, wo es reinpasst und solange du Audio nicht zu laut drehst, geht eigentlich nichts kaputt. Also kannst du immer mal so ein bisschen rumprobieren und so und, äh, irgendwann merkst du halt, wofür was da ist und ich glaube, das ist geiler, als wenn man nebenbei ein Tutorial guckt und so, weil dieses Learning by Doing, gerade bei Audio und wenn du wirklich keine Software hast, sondern wirklich Hardware und du, 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 du packst die Knöpfe an und drehst, das ist einfach ein geiles Feeling, Mann. Keine Ahnung. Ja. Ich hab nicht so viel Geld, um mir einfach alle Sachen zu kaufen und auszuprobieren. Ich muss vorher schon gucken, was ich haben will, was Sinn macht. Ich hab mir in der Vergangenheit auch Sachen gekauft. Was mach ich? Ich kauf ja auch nicht einfach wild drauf los. Entschuldigung, Nils. Entschuldigung. Ich kauf ja nicht einfach drauf los. Ja, da bin ich auch nicht. Also, ne? Also, es ist ja jetzt schon so, na, ich geh jetzt nicht los und sag, alles klar, also Soundcraft, UI, 24R, klar, sieht gut aus. Also, so ist das ja jetzt auch nicht. Also, so viel Geld hab ich auch nicht. Ich find dann Soundcraft im Übrigen voll geil, würde ich aber nicht benutzen wollen, weil Touch. Mir wird da, glaub ich, was fehlen von der Haptik. Ja, mir fehlt da auch ein bisschen was von der Haptik. Ich fühl mich auch immer ein bisschen scheiße, wenn ich so auf dem Dings rumrudere. Aber dann sag ich mir, wenn ich auf dem Scheißhaus sitze und auf dem Tablet rumspielen kann, sag ich mir, geil, Alter, boah. Aber es gibt auch... Wenn ich auf dem Scheißhaus rum sitze, dann spielst du... Du prägelst auf dem Scheißhaus deinen Sound? Du prägelst auf dem Scheißhaus deinen Stream? Ist schon passiert. Das Ding, ja, jedes Mal, wenn du jetzt Pause machst, hab ich ein ganz anderes Bild von deinem Stream. Nee, pass auf. Find ich gut. Find ich gut. Der Witz an der ganzen Sache war, ich hab vergessen... Der ist wieder kacken. Nee, das Ding ist, ich hab mal Musik angelassen, währenddessen ich in die Pause gegangen bin. Dann hat mir das jemand geschrieben und dann konnte ich auf dem Scheißhaus das halt ausmachen. Und das ist einfach 10 von 10. Weil du kannst völlig... Ja, hat er sich gemutet. Du kannst stressfrei... Ich bin nicht gemutet. Ich weiß jetzt nicht, ob er uns noch hört. Tatsächlich bin ich gemutet. Ich bin auf die Tasse gekommen. Äh... Schade. Also ja, ich hab... Die Katze, weißt du? Wo habt ihr denn noch mitgehört? Ich hab dir gar nicht zugehört von Anfang an. Ach so. In dem Moment, wo der Arm hochging. Aber keine Sorge, ich hab das nicht falsch gemacht. Interpretiert. Gehört hab ich euch, ihr Penner. Geredet hab ich auch. Also mir ist halt mal... Mir ist es schon passiert, dass ich in die Pause gegangen bin und ich vergessen hab, Musik auszumachen. Und dann hat ja jemand Bescheid gesagt, ich konnte halt stressfrei weiterkacken, weil ich einfach von dort das ausmachen konnte. Und ich musste nicht mit so einer halb hochgezogenen Hose ins Studio laufen. Der umgekehrte Fall wäre ja auch unangenehmer gewesen, mit Mikro auf die Toilette gehen. Es gab ja auch schon diverse Streamer, die das vielleicht gemacht haben, versehentlich. Ich zum Beispiel noch nie. Aber so, jetzt hast du mich wieder auf eine Idee gebracht, ähm... Stefan. Nee, ich glaub, ich möchte doch wieder irgendwann mal was physisches kaufen. Da gibt's doch bestimmt was Schönes. Ja, natürlich gibt's doch schöne Dinge. Ein physisches... Ich will auch irgendwann zum Beispiel auf einen Digitalpult umsteigen, sodass ich Mischpult habe und wenn ich will, drück ich einen Knopf und dann ist es im DAW-Mode und dann kann ich da Musik gedünst steuern. Das spart halt. Ich hab jetzt ja aktuell einen DAW-Controller und einen Analogpult. Das macht halt wenig Sinn. Also, es macht schon Sinn, aber... Ach, egal. Nee, Mann. Nee. Nee, weißt du was? Analog ist geil. Ich glaub, ich bleib... Das ist immer das... Wenn ich davon rede, dass ich ein digitales Pult haben möchte, dann kommt mir in den Kopf, dass analog eigentlich voll geil ist und analog ist so das Wahre, weißt du? Keine Ahnung. Manchmal muss es ein bisschen brummen, manchmal muss es ein bisschen rauschen. Das ist wie bei einem alten Auto. Das muss scheiße riechen, wenn er einsteigt. Weißt du, wie ich mein? Ja. Nee. Aber so auch die DAW-Geschichte... Also, erst mal kurz für alle, was ist denn DAW überhaupt? Digital Audio Workstation. Das ist die Software, mit der du Musik machst. Wie zum Beispiel FL Studio, Cubase, Samplitude, Pro Tools, Ableton, bla bla. Also, ich hab ja das von meinem Soundcraft auch das digital einmal gemacht. Das ist schon sexy. Also, das ist schon sehr lecker, muss ich sagen. Wenn du dann so auf einmal 64 Kanäle hast über USB, dann läuft's auch schon ein bisschen. Ja, ist schon geil. Ja. Ja, ja. Aber, pass auf, ich hab jetzt aktuell 16 Regler vor mir. Und wenn ich 64 brauche, witsche ich einfach die Bank um und dann, weißt du, gehen die automatisierten Motor... Mein Gott! Motorisierten? Fader. Runter? Machen so, flupp. Und du hast die neue Bank und kannst wieder regeln. Und wenn du dann die Bänke durchswitcht, dann switchen schön die Fader mit nach oben und drunten und so. Das ist schon ein geiles Feeling eigentlich, ey. Das ist schon wirklich cool. Da seh ich mich auch. Ich muss mal gucken, ob ich was finde. Da war ich nämlich schon immer neidisch auf dich, dass du das machen kannst. Okay. Nein, nicht neidisch. Ich habe ein Mikro gerade angeschlossen. Dann hab ich noch ein zweites Mikro und meinen Mischpool angeschlossen. Und mein... Also, ich hab zur Zeit nur einen Single-PC. Ich nutze keinen Stream-PC aktuell. Der hängt da auch dran. That's it. Ja. Ist doch auch okay. Ja. Du machst aber auch, glaube ich, keine Musik, oder? Nein. Ich sag jetzt ja nicht, man braucht das nicht oder so. Das ist ja, ist ja, ist der Schwachsinn. Ich sag nur, die anderen Fälle sind halt unterschiedlich. Ich bin schneller mit Maus und Tastatur, aber es ist einfach cool, an den Regler zu schieben. So. Es ist einfach... Du bist schneller mit Maus und Tastatur? Ich bin schneller mit Maus und Tastatur, ja. Aber dann musst du ja tappen und so einen Scheiß. Ja, ja. Ja, aber das Ding ist, also... Ja, was heißt, ich bin schneller? Ich glaube, dieser Workflow ist einfach mehr drin. Ja. Ich weiß, bevor ich die Hardware dazu hatte, halt schon so gelernt habe, weißt du? Das ist so Mensch, Gewohnheitstier, Trampelfade im Hirn und so, weißt du? Ich glaube, das geht einfach dann schneller. Ich habe auch zum Beispiel diesen Controller von Arkay, der ist extra nur für FL-Studio. Den habe ich angeschlossen, ausprobiert. Seitdem an liegt der seit zwei Jahren im Schrank, weil... Einfach zu lahmarschig damit. Vor einem Fehlkauf. Vor einem Fehlkauf, liegt zwei Jahre im Schrank. Ah ja. Man kennt's. Man kennt es. Man kennt es. Ja, irgendwann benutze ich den bestimmt nochmal. Ist halt trotzdem geil. Ist halt Studio Gear. Ich mag das. Also je mehr, desto geiler sieht es halt auch einfach aus. Ob es dann letzten Endes benutzt ist, ist die andere Sache. Aber es ist halt einfach schön, in einem Raumstift zu sitzen, ey. Fühle ich, absolut. Also ich fühle es, auf dem MacBook einfach nur Musik laufen zu lassen im Stream. Ja, ohne Scheiß. Es sieht halt gut aus. Weil es ein schönes Gerät ist. Genau. Es ist auf und da läuft Musik drauf und das hat einen eigenen Kanal. Mein MacBook, ich hab mein MacBook seit, keine Ahnung, man, seitdem ich hier hingezogen bin, nur für Pretzelrocks oder vormals Spotify und dann Pretzelrocks, man. Natürlich. Das macht damit nix. Und einmal im Monat eine E-Mail auf den Balkon schreiben. Ja, aber maximal. Aber maximal. Oder wenn man irgendwo hinfährt. Ich hab auch erst, vor einer Woche hab ich erst geupdatet. Zwei neue Betriebssysteme oder so, ey, keine Ahnung. Wegen Leuten wie euch stirbt der Planet, ey. Schämt euch. Warum denn? Ey, wieso, ich kaufe mir nicht jedes Mal was Neues. Ich bin da voll nachhaltig. Ich bin auch super nachhaltig. Also meine... Ich schmeiß das nicht weg. Meine Monitore, die ich habe, die sind schon erst mal rund drei Jahre alt. Meiner flackert. Meiner hat einen Strich drin und flackert unten rechts in der Ecke. Aber ich find den super geil. Also, meiner ist beim Umzug, hat erstmal so harte Kerben reingekriegt, sieht aus wie Lackkratzer, aber ey. Okay, vielleicht hatte ich schon neue gekauft und hab die wieder zurückgebracht, weil es VA-Panels waren und keine IPS und ich mich vertan habe. Aber ich behalte meinen alten gerade. Alex, man könnte das übrigens auch mit dem Handy machen, ne? Also, du kannst doch ein Handy ans Mischpult anschließen, dann hast du auch eine eigene Input. Also, damit man nicht über Software das machen muss. Geht auch. Warte. Ja, warte. Oh, Moment. Ich hab gar keinen Klinkenanschluss an diesen komischen Scheiß-Telefon. Ja, dafür gibt's noch Adapter, du Pfeifen-Augus. Oder? Das Klinke stirbt am Handy, ist einfach, also gerade für so Leute wie uns, find ich, ist ganz furchtbar. Bluetooth geht auch? Ja, Bluetooth. Und du willst deine hochwertige Musik über Bluetooth übertragen? Also maximal vielleicht. Die Scheiße hört zu Hause sowieso keinen Pimmel, ob du das über Bluetooth einspielst oder ob da ein 3000-Euro-Macbook steht. Das hört zu Hause bei den anderen keiner. Aber wenn du jetzt eine Audioquelle brauchst, die du extra steuern möchtest und nicht raustappen und raus... Das find ich übrigens ziemlich cool, das Mischpult von Rode. Ich komm grad nicht auf den Namen. Pro irgendwas, keine Ahnung. Das für den Podcast-Bereich mit den vier Mikrofoneingängen und so weiter, ne? Ja. Das find ich super geil. Rodecast, glaub ich, heißt das einfach noch. Genau, das heißt Rodecast. Rodecast Pro, mein ich. Das hat auch eine Bluetooth-Schnittstelle, dass du quasi über das Telefon beispielsweise den Gesprächspartner extern mit reinziehen kannst. Ohne Klinke, ohne alles. Find ich super die Funktion. Das ist cool, ja. Das Blöde bei dem Mischpult ist, es ist halt für den... Also es ist überhaupt nicht für Streamer gemacht, aber man könnte es halt dafür benutzen. Ich kenne jemanden, der das dafür benutzt. Und es ist halt einfach zu teuer. Also für... Du kaufst es dir halt einfach zum Streamen. Das hat Presets für alle möglichen Mikrofone. Natürlich die von Rode hauptsächlich so, ne? Super gut einzurichten, hat halt so diese ganzen Feature, wahrscheinlich digital, wie was du vorhin gesagt hast, DSR, Noiscape, diesen ganzen Krimskrams so mit dabei. Da muss ich mal kurz einhacken. Das ist auch eine geile Sache. Es gibt bei vielen Digitalpulten, also wer vielleicht auf digital sofort umswitchen möchte, was ja jetzt keine große Sache mehr ist heutzutage und auch einfacher zu erlernen, weil du hast für ein... Ja, also ich sag mal, du hast ein Display, in dem du alles einstellst für jeden Channel auf dem Pult. So, sagst du, den Channel willst du, so klickst du an und fertig. Dann läuft das, was du eingestellt hast, auf dem Channel, auf dem, auf dem, auf dem. Analog ist ja alles pro Channel einstellen. So, worauf ich hinaus wollte, es gibt viele Factory Presets von Mikrofon, von Shure, von Rode, von was weiß ich nicht was, wo du halt sofort einstellen kannst. Oh, ich hab ein SM7B, cool, mein Preset SM7B, klick. So, dann ist das halt ein Factory Preset und das klingt erstmal geil und darauf könnte man auch wieder aufbauen. Einfach nur mal kurz so eingehakt. Ja, stimmt, ist ja richtig. Ich wollte nur sagen, das Mischbrot ist mir bekannt, das finde ich sehr cool und das hat eben genau diese Funktion, dass man beispielsweise per Bluetooth eine Quelle von extern mal eben so einspeisen kann, neben noch einer zusätzlichen Klinke und weißt ja geil, was alles. Das ist sehr spannend. Nice. Vor allen Dingen, wenn es spontan sein muss und so. Das funktioniert wirklich sehr gut. Ich hab das auch hier. Was? Du hast das Rode-Ding da? Mhm. Diesen Rode? Oh, nice. Okay. Ich hab das mal zum Ausprobieren bekommen. Ich wollte irgendwann mal ausprobieren, hier dieses GoXLR. Also, was ich bis jetzt so gesehen habe und was die Leute alle so davon schreiben und so und auch in diversen Foren, das ist, glaube ich, ein ziemlich geiles Ding. Also, ich glaube, mit einem, zum Beispiel, jetzt nochmal so ein Profi-Setup, SM7B, Shure und GoXLR, perfekt. Hammergeil. Vor allen Dingen, weil das GoXLR auch das SM7B Easy-Peace handeln kann mit Gain. Also, kein Problem. Da ist eh, also, wenn man das jetzt noch haben will, sollte man sich das jetzt kaufen, weil da ist bald Feierabend. Ja. GoXLR ist, äh, mhm. Da ist bald Feierabend in der Hütte. Also, wenn man noch eins haben will, Freunde der Sonne, kauft euch jetzt eins. Aber es gab irgendeine News, dass die ehemaligen Mitarbeiter oder Leute, die früher bei GoXLR gearbeitet haben, schon wieder irgendwas an irgendwas Neuem schrauben, theoretisch, was auch immer. Keine Ahnung, aber du weißt ja, wie die Preise dann wieder hochgehen. Das GoXLR finde ich grundsätzlich super spannend und, ähm, also, was für eine Funktionsvielfalt das für den Streaming-Bereich so gebracht hat, ne? Was mich dann nach wie vor stört ist, eine einzige XLR-Spur, Quelle, Eingang, whatever. Und ja, du kannst es mit einem Mini erweitern. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, nee, ja. Ich, ja. Safe. Zwei, mindestens. Wenn nicht sogar drei. Wenn das Ding von Haus aus zwei gehabt hätte und noch irgendwie ein, zwei Spuren, die man per Line oder so mit reinmachen kann, dann wäre das Ding eine eierlegende Wollmilchsau für jeden Streamer gewesen. Und es ist ja sowieso, du hast es ja nie, das verstehe ich halt nicht, wie kann das da nicht weitergehen, wenn, wenn, wenn das auch ein Produkt ist, das einfach, also, es ist ja nicht gerade günstig, die, ich nehme mal an, die werden schon noch ein bisschen Geld damit verdient haben, ähm, und der Bedarf war ja da. Es ist ja nicht so, dass die da, äh, dass es so ein Unikat gewesen ist, was keiner haben wollte und dass wir jetzt denken, so, ah, das ist schon schade, dass es da nicht mehr weitergeht. Nee, du hast ja Lieferzeiten drauf gehabt auf dem Ding. Ja, ja. Das stimmt, aber ich glaube, es, äh, ja. Die haben einfach nicht so viel produziert wegen, also, dass da Lieferzeiten waren. Ich glaube auch nicht, dass die mit so einem Andrang gerechnet hätten, gerade auch bei dem Preispoint so, weil das ist ja nicht einfach mal eben kurz gekauft. Ich glaube, das Ding kostet 500 Euro, 400 Euro, äh, 3,70 meine ich. Echt? Ach, guck mal. Krass, okay, ich hatte mit mehr gerechnet, ey, weil gerade von, von TC, die sind halt eigentlich immer recht hochpreisig, weil auch geil, aber ja gut, ja, für den Preis ist ja, äh, krass, aber ich denke, so, 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 2,99 hättest du vielleicht auch noch, äh, weißt du, so, hätt vielleicht noch ein bisschen mehr gepusht, aber, also, das ist wieder Marketing und Preispoints und pff. Ich hab da jetzt einmal dran gesessen. War jetzt nicht so eine Experience, aber gut, das ist halt auch immer, wenn man... Ja, aber du kennst auch schon die ganzen Sachen von vorher, Schatzi Mausi. Ja, eben, ja, das wollte ich ja gerade sagen, also, da ist das dann halt nicht so eine tolle Experience, muss ich sagen. Ja, aber, also, ich, so, so, das, was da alles drin ist, für den Preis, ist das schon, schon wirklich gut. Also, ich glaub, so ein Schuh, so ein Schuh ist da, äh, würde ich da jetzt nicht zwingend dranhängen, also, das ist mehr so, äh, finde ich schwierig. Ach doch, 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 doch. Na, ich hab's gehört, ich fand's nicht so prima. Mir fehlten da sehr viele so Tiefen. Ja, Lost verwendet das mit dem Schuh, der hat's perfekt eingestellt und klingt supergeil. Also, real. Ja, der hatte aber auch noch bestimmt was anderes davor. Ne, hat er nicht. Der hat das, ich hab den extra mal gefragt, weil ich das auch mal ausprobieren wollte. Der hat das SM7B direkt im, äh, GoXLR. Okay. Ja, hat er wahrscheinlich gutes Preset gefunden dann. Also, nicht Preset gefunden, also selber eins eingestellt dann. Kann sein, ja. Ja, aber ne, du hast schon recht, also, äh, so, für Leute, die schon vorher irgendwie alles mit Analog und Pulten und bla, also, bei mir zum Beispiel wäre es eher ein Downgrade. Ja, also, bei mir würde sich das nicht lohnen, aber ich glaub, für alle, die damit noch nie so in Berührung waren, mit so Audio-Equipment und mehreren Spuren zusammenmischten, ist das eine sehr einfache und geile Lösung und auch ein verdammtes Upgrade und, also, wirklich, wer noch eins haben möchte, kaufen. Das Problem bei GoXLR ist, dass das Software-basiert ist, also, du brauchst dann auch die Sicherheit, dass du später nochmal ein paar Updates bekommst, nicht, dass irgendwie Windows mal wieder irgendwie quer schießt und dann, ja, TC sagt, äh, ach, boah, ein Update, wer weiß. Ja, ja, nö, äh, brauch man nicht. Also, das Schöne an dem Ding ist, du hast ein Mischpult, du kannst, du hast diverse Presets, du hast, äh, dann alle möglichen Sachen, ähm, ob das jetzt ein, äh, also, als wenn du, als wenn du einen eigenen, ähm, Kompressor oder ähnliches dazwischen hängen hattest, der dann DSR, äh, Noisegate, den ganzen Scheiß machen kann. Darüber hinaus hast du noch einen Voice-Changer, du hast ja so einen Voice-Modulator mit verschiedenen Effekten mit drauf. Jo, und ein Sample-Pad, ne? Ein Sample-Pad, genau. Und ich, kann man das Ding auch als Loop-Station benutzen? I don't know. Ja, kannst du. Doch, doch, du kannst Sachen loopen, aber du kannst nicht, äh, daraus jetzt einen Beat machen. Ach so, ja. Okay. Hm, ja, ja. Und also alleine deshalb, ne, wenn man sich die, äh, wenn man sich die, äh, wenn man sich überlegt, was man sonst an Equipment kaufen würde, dann sind, ist der Preis von 390 für knapp 400 Euro halt schon ziemlich einfach zu vertreten, aber wenn man jetzt jemandem sagt, hey, wenn du den so ein einfaches Ding holen willst, ne, und leg mal im 400 hin, da wird ja auch jeder sein, ich geb doch nicht 400 nur für den Mischbruch aus. Genau, das ist das. Wenn jetzt jemand von einem USB-Mikrofon, sagen wir jetzt mal, äh, wie Nils das hatte, so ein T-Bone-USB und der will halt upgraden und dann 400 Euro das und dann noch 400 Euro ein Schuh, jetzt nochmal als Beispiel das Schuh, da bist du bei 800 Euro, da guckst du halt auch schon mal wieder, ne? So. Dann nehmen die meisten nur das Schuh und ein normales Interface. Vielleicht ist der Price-Point vom, vom, äh, GoXLR doch noch ein bisschen zu hoch für die breite Masse, sag ich jetzt mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal was kommt aus der, aus der Richtung. Stimmt. Jetzt nicht unbedingt von denen, aber... Die haben das Mini ja noch rausgepusht, aber das finde ich irgendwie so, aber, naja. Ja. Ja. Also, das erste, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an euer erstes wirkliches Sound-Upgrade erinnern? Ich hab den Preis noch sehr im Kopf, weil ich hatte genau diese Reaktion. Und ich wusste ja nicht, welche Büchse der Pandora ich geöffnet hab. Mein erstes, äh, Audio-Upgrade hab ich bei dem Commander Krieger Padawan-Projekt gewonnen. Ja. Also sprich, das war mein Audio-Interface und das war, äh, das, ähm, das, ich glaube, das war damals ein Podcaster-Bundle nannte sich das für, mit dem, mit dem SMC, mit dem, äh, NT1-A mit Ständer, äh, Spinne und, 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 äh, Kabel so mit dabei. Ja, ja. Also nach dem, nach dem T-Bone dann, ne? Das T-Bone war ja... War bei mir genauso. War bei mir genauso. Ich bin dann auf ein, sorry, Nils, Ohren zu halten, Beringer-Pult umgestiegen und ein NT1-A. Und da war auch schon, also das Beringer-Pult waren, keine Ahnung, 200 Euro, das war halt für mich schon so, bro, 200 Euro. Also, heilige Scheiße, ich hatte vorher so ein Scheißding, das Mikrofon selber hat nur 60 gekostet, okay. Und dann hatte ich auch genau dieses Set mit, mit Spinne, diese, diese typische Spinne mit Pop-Schutz an der Spinne vom NT1-A für, ich glaube, weiß ich auch nicht, Setpreis 199 Euro. Ja. Dann warst du auch bei dann 400 Euro und dann war auch schon so, uff, holy shit, ob sich das rentiert. Ich war, ich weiß noch, dass ich damals diesen, diesen Effekt hatte, den du vorhin beschrieben hast, so, ich schließe alles an und ich, ich, ich monitor mich so und ich denke so, was höre ich denn da, was ist denn das so, was nimmt denn das da auf? Und dann bin ich mit meinem Ellbogen an meinen Tisch angestoßen, wo dann, ich hab ja Mikrofone und dann hörst du halt. Und diese riesige Scheiße, als wäre er irgendwann explodiert, Mann. Genau, so ein ganz tiefer Drumvertum. Boom. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich dachte, das war kaputt. Ja, dann hab ich mir, am Anfang hab ich mich so, mir so, dabei beholfen, also so ist wie ein Hyper-Slow-Cut-Filter, kannte ich halt nicht, ne? Und dann hab ich halt, warum denn auch? Trickscheid, was ist das? Dann hab ich den, den Ständer neben mir gestellt, dass der nicht an meinem Tisch quasi motiv war. Ja, hab ich auch. Und bin mir mit dem Fuß dran gekommen. Verdammte Scheiße. Ja, genau, genau. Das gab, also diese, ja, das waren so die Anfänge, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja. Aber wenn man das NTR1A schön einstellt, es klingt unfassbar schön warm. Schön warm. Ja, es klingt, es klingt modern. Ja, staulicherweise. Das ist schon super. Klingt sehr modern. Ich stehe eher auf dieses, äh, ein bisschen mehr so Vintage-Klang. Ich hab, äh, ich hab genau dasselbe, wie ihr beschrieben habt. Ich hab mir damals einen Yamaha MG10 gekauft. Geiles Teil. Nach meinem, äh, Ausritt zu Behringer. Das hat mich so lange gehalten. Das ging schnell wieder zurück. Äh, und dann hab ich mir das gekauft. Mit, mit Drehknöpfen damals, noch weiß ich noch. Und das, das, äh, das... Stimmt, das hat keine Regler. Erst das Zwölfertregler, ne? Ja, ja. Das hat noch hier... Und, ähm... Boah, das war richtig wild, ey, mit dem Mikrofon. Da durftest du halt nichts machen. Da hast du echt wie rohe Eier am PC gesessen, so, wirklich. Ja, ja, weil, keine Ahnung, von Noise-Gates und so. Ich hab dann irgendwann sogar einen Behringer Composer mal gekauft. Ich glaub, MD 2600, oder keine Ahnung, wie der genau heißt. Ja. Und das war so meine, meine erste Berührung mit Kompressor, Noise-Gates und bla, bla, bla. Aber da würde ich halt auch nicht wirklich... Also bei Behringer, wirklich nochmal, vielleicht auch, um dich ein bisschen zu beruhigen, Nils. Ich würde bei Behringer aktuell nur wirklich in ein gutes, großes, äh, Recording-Pult oder Digital-Pulte investieren. Alles, was so DJ-Bereich oder so andere Sachen, wie, wie so Kompressor und so ein Shit angeht. Audi-Interfaces, ich weiß nicht. Nee, würde ich auch die Finger von lassen. Ähm, ach nee, Effektgeräte. Das können sie gut. Effekte können sie super. Wirklich. Äh, aber den Rest, ja. Ja. Habt ihr jetzt schon... Okay, Boys, jetzt muss ich kurz mal rein. Es gibt von Avermedia, habt ihr das Avermedia Nexus gesehen? Avermedia Nexus, was ist das? Wow, wow, wow. Ist das wieder so ein Gaming-Mikrofon? Nee, das ist wieder hier so was ähnliches wie... Wie von Elgato? Wie das ähnliche wie GoXLR. Das haben wir uns schon angeschaut. Das ist auch ein bisschen hochpreisig. Das Ding, also für das, was es da kann. Avermedia Nexus. Was kostet das? Äh, ich guck gleich mal eine Sekunde. Ja, ich hab Google schon auf, also eine 340. 340 kostet das. Ah, X310. Ja. Ich find, also das, was ich da vorhin bisher gesehen hab in den verschiedenen Videos von den Influencern, die das angepriesen haben, das hat mich so nicht wirklich geflasht. Also das ist so eine Mischung aus dem Ding, was Elgato gemacht hat mit dem Wave als Software. Aber du hast halt eben so ein Hardware-Bauteil mit Drehknöpfen und Touchpad, mit dem du das Ganze steuern kannst. Also das ist die Kombination aus den beiden Sachen. Und dann denk ich mir, das mag es wahrscheinlich wert sein, weil du eben halt Hardware-Knöpfe zum Drehen und zum Schalten hast. Aber nicht für 350 Euro. Also, ne, so. Da hab ich eher das Vertrauen in Elgato, dass die da ihre Software weiter nach vorne schieben und mehr Möglichkeiten geben, Plug-in-Fähigkeit und weißt ja, geil was, dass da noch mehr kommt. Und nur um das eben kurz einzuschieben, wir reden gleich nochmal über deinen Mackie-Mischpult her, Nils. Oh, äh, ja, ja. Äh, ja, also, äh, 300, sieht schön aus. Äh, warum kriegt man sowas? Ja, würde ich, glaub ich, auch mal ausprobieren. Aber ist auch wieder ganz viel hier Nexus-App. Ja, die... Das ist wieder ganz viel mit Software, ne? Also, keine Ahnung. Ah, nee, nee, also, nee, für mich ist sowas so, oh. Boah, also, ich bin so ein Analog-Fan immer noch, wie gesagt, ey. Ja, ich bin auch Fan. Aber Media stört mich immer, dass der Schriftzug fast so aussieht wie der von Mediamarkt. Kurz random. Nee, also, dieses Produkt kann ich nicht kaufen, das Logo. Dieser Schriftzug, dieser Ford ist scheiße. Da hab ich aber ganz andere Assoziationen dazu. Ich hatte übrigens auch mal von, von, äh, einen Kompressor von, von, äh, wie heißt das noch hier, schnell, äh, Behringer. War nicht so geil. Ja. Hab ich nicht eingestellt gekriegt damals. Weiß ich noch genau. War nicht so gut. Meiner ist auch sehr schnell kaputt gegangen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo meiner ist. Irgendwo im Schrank? Oder hab ich den verkauft? Oder... Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte dieses Stereo-Ding damals. Aber... Ja, genau. Zwei Channel, Stereo, links, rechts. Genau. Ich weiß aber nicht mehr, wo der ist. Ich hab immer nur einen dann benutzt, wegen Mikrofon. Und dann kam die Wende. Dann bin ich reingedivet. Da hab ich mir Mackie... 89? Entschuldigung. 89 bist du reingedivet, ey? Ne, und der bin ich, äh, der bin ich auf Mackie umgestiegen. Und ich liebe dieses Ding bis heute, ne? Das war das geilste Mischpult, was ich gekauft hab, für das Geld. Das war einfach... Micky ist geil. Micky ist echt cool. 14.04 VLZ. Kein Schnickschnack dran, nur Eingänge. Pfff. Richtig geiles Teil. Liegt heute noch im Schrank. Funktioniert wie eine Eins. Das hast du mir damals empfohlen. Ich hab mir das dann... Hab mich dann ja von dir und deinem... Ich weiß nicht mehr, einem dann der Mods, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, beraten lassen. Ja. Bei euch auf dem Discord. Das war cool. Nicht Discord. TeamSweak war das dann mal so. Und hab mir dann ein paar Sachen nachgeholt. Das war dann auch der Moment, wo man dann quasi... Dann auch mit den Audio-Convertern gearbeitet hat, ne? Von analog auf digital zu gehen. Ja, klar. Beste Möglichkeit. Oder eine Möglichkeit. Und, ähm... Ich glaub, die beste Möglichkeit, sorry, wäre, glaube ich, so ein AD-Wandler fürs Rack. Aber das ist ultra teuer. Ja, okay. Und was mich an dem Mackey halt... Was bei mir nicht gut funktioniert hat, war... Ich hab dann... Hab ja quasi... Also von der Kette her... Ich hatte ja meinen Game-PC und meinen Stream-PC und du schließt ja dann quasi das Mikro an das Misch-Pult logischerweise an und schickst dann komplett den Master-Mix an den Stream-PC. Der gibt ja alles aus. Und schickst dann nochmal den einzelnen Kanal von dem Mikro über den AUX-Ausgang nochmal an deinen Game-PC zurück, dass man halt über einen Discord oder Teamspeak oder Voice-Chat halt allgemein reden kann. So. Und das ist ja eine recht einfache Möglichkeit. Und das klang immer total blechern. Egal welcher Ausgang, egal welche Einstellung, egal was man gemacht hat. Also entweder war das ein Fehler in dem Gerät oder das konnte das einfach nicht so gut. I don't know. Kann sein, dass... Den AUX-Ausgang dann sozusagen. Ja. Der klang, als wenn der mit einer schlechten Bitrate komprimiert wurde oder so. Das kann sogar gut sein. Also... Kann sogar echt gut sein. Wenn ich im Discord und sowas bin, dann ist mir jetzt scheißegal, was die anderen davon halten. I don't give a fuck, haupt's mal bei mir. Ja, aber wenn du jetzt in so einem Talk zu Gast bist... Genau das, genau das. Dann, ne? Dann klinge ich halt so. Sollen die Leute bei mir gucken, komm, fertig. Mit sowas muss ich mich hier rumschlagen die ganze Zeit. Ey, naja, was... Du, ganz ehrlich, es war vor geraumer Zeit, als ich das hier benutzt hab, haben die Leute mir gesagt, du bist zu leise, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu laut. Und dann sag ich den Leuten immer, ey, ich bin perfekt gepegelt bei mir, das geht bei mir perfekt raus. Besonders gut klingt es ja jetzt immer noch nicht, aber passt schon. Ne, das ist richtig, aber das liegt ja auch am Mikrofon. Ach, verdammt. Also, natürlich... Ach, Mann. Ach, Mann. Aber es ist halt... Ach, Mann. Ach, Mann jetzt, Stefan. Ich hab halt keinen Bock auf so eine Wurst im Gesicht. Du kannst mir ja gerne mal ein richtiges für die Kopfhörer empfehlen, dann mach ich das. Ja, du kannst ja einfach ein Richtmikrofon organisieren. Warte, nee, geht nicht. Das klingt wie ein Tonangeln über dich und gut ist. Nein, das funktioniert nicht. Warum das bei dir nicht funktioniert, Nils? Erklär mal. Weil ich zwei Katzen habe. Und ich sitz manchmal so und dann hab ich die hier auf dem Arm oder ich mach das hier oder ich mach sonstiges dergleichen und das mach ich sogar sehr... Und wie so funktioniert das nicht? Naja, wie soll ich... Wenn das jetzt hier über dem Bildschirm hängt, dann klingt das nachher immer, als wenn du halb im Raum sitzt und das mag ich nicht. Ich mag halt präsenten Klang, dass du da bist. Trocken. Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, das liegt bei dir an den, äh, der Geräuschkulisse, die deine Lüfter produzieren. Nee. Die kriegst du so gut ausgeblendet, aber ich glaub mit dem Richtmikrofon hättest du da eher Probleme. Nee, die sind da auch nicht drin. Wenn die hier oben drüber hängen, ist das auch nicht so. Nö. Und so schlimm klingt das gar nicht. Warte mal. Ich mach mal auf den Salat hier. Aber, also so's geht eigentlich. Wenn du redest, hört man's ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Ich weiß bei mir auch, wenn ich die Klimaanlage oder so. Das ist auch... Oh ja, Klimaanlagensaison kommt jetzt auch wieder. Muss mir noch irgendwie was basteln, dass ich das, dass die heiße Luft erstmal schön direkt... Ja, frag mal bei mir jetzt. Ja, darüber hab ich nicht so nachgedacht. Vorher. Studio auf der Insel bauen, Junge. War geil. Also, im Winter 35 Grad im Raum. Genau. Ja. Cool. Ich liebe meine neue Wohnung jetzt schon. Draußen ist richtig warm. Drinne frierst du. Kein Joke. Also, ein Ventilator, glaub ich, reicht im Sommer. Glaub ich, wirklich. Nur Stoßlüften, ne? Ja. Sehr geil. Aber zurück zu dem Mackie. Das war echt ein cooles Mischpult. Hat allerdings keine geilen Schieberegler, sondern nur so DJ-mäßige Drehkloppe, ne? Ne, 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 Schieberegler. Das Mackie, das ich hatte, hat keine Schieberegler gehabt. Ja, das Ding ist halt immer... Pass auf. Jetzt muss ich... Jetzt erzähl ich mal ganz kurz... Jetzt komm. Jetzt erzähl ich mal einen Schnack aus dem Leben. Menschen kommen zu dir. Was würdest du denn empfehlen? Und dann ratterst du, dann sitzt du da stundenlang. Jim war übrigens auch einer Deezer. Du sitzt da stundenlang, Alter, und erklärst denen das, weil du das benutzt hast. Du weißt, dass es funktionieren. Wie es funktionieren. Und dann kommt der Mensch da an. Was hast du für ein Budget? Ja, 20 Euro. Frag mich doch einfach dann nicht. Wenn du sowieso was anderes kaufst, warum fragst du mich dann überhaupt? Ne, 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 ne. Du hast mir einen Link geschickt zu dem Mischbull, damit es keine Verwechslung gab. Und ich habe genau das Teil, was du mir empfohlen hast, bestellt. Wir haben beide darüber... Das weiß ich noch wie heute. Wir haben beide darüber gesprochen und du hast gesagt, ne, das ist mir zu teuer. Ich möchte weniger. Was ja okay ist. Was ja völlig legitim ist. Weil wir ja über ein komplettes Setup gesprochen haben. Mit dem Kompressor, Mikro und dies und das. Und da habe ich gesagt, so viel Geld gebe ich nicht aus. Weil du warst halt dann bei, weiß ich, 1200 Euro oder so. Ja, genau. Das habe ich dir aber auch vorher schon gesagt. Das habe ich dir aber auch vorher schon gesagt. Ich kann das einfach immer nicht haben. Mann, jetzt halt doch mal... Nein, doch! Was? Das ist so schön mit Gästen. Das ist so schön. Ja. Das ist schwierig. So, wieso willst du jetzt kein Mikrofon in der Fresse hängen haben, Alter? Weil ich da keinen Bock drauf habe auf den Scheiß. Du spinnst, Junge, du spinnst. Ich habe... Mann, ich habe zwei Katzen und ich möchte mit denen schmusen. Das ist doch schön, ey. Dann lass sie da nicht ans Mikro, ey. Und wenn da drüben beim Bracen ist... Ich kenne die SM7B-Mikrofone. Ich habe selber einen Kater, der sich denkt, oh cool, er hat genug so... ...dran reiben und danach sieht es aus wie ein anderer Kater. Richtig. Und weißt du, was noch viel schlimmer ist? Da sammeln sich halt die dreckigen Scheiß-Popel drin die ganze Zeit. In dem Rillingschein. Das stimmt aber auch nicht. Doch, und sabber auch immer. Und dann stinkt die Scheiße. Und dann legst du den Popel ins Mic, Junge. Ja, hast du schon mal Stay seinen Stream gesehen? Das sieht halt aus, als wenn er sich die ganze Zeit das Ding so in die Nase reinmacht. Alex, warum... Ja, vielleicht macht er das, ja. Was macht denn Alex? Der hat auf jeden Fall erstmal... Ja. Ich... Ich finde ja immer ein Mikrofon, anstatt ein Headset und so, das sieht immer gut aus, finde ich. Weißt du, das sieht immer so ein bisschen professionell aus. Finde ich gar nicht. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein verdammt guter Punkt. Ich hab das früher gehasht. Es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel mal, keine Ahnung, wie heißen die da in Amerika? Die, 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 Jimmy Kimmel oder so? Ja. Oder diese ganzen krassen Showmaster da. Die haben auch immer auf der Ecke vom Schreibtisch ein Mikrofon stehen. Einfach nur, weil es professionell und gut aussieht. Das ist nicht an. Das ist Quatsch. Das wird der ganze Studio aufnehmen. Aber es ist irgendwie immer im Bild und sieht immer schön aus. Ich finde das voll geil. Natürlich nicht. Wenn man einen Mic sieht. Gerade so ein SM7B oder auch andere Mikrofone, die wunderschön aussehen. Aber ich finde, also wirklich, Real Talk, das ist immer so doof, sowas zu sagen. Weil wenn man damit verpart, dann ist, denken immer alle, jetzt sagt der jetzt nur, weil nein, auch schon vorher. Das SM7B ist für mich eines der absolut schönsten Mikros. Das sieht einfach edel aus. Das fühle ich. Gebe ich dir recht. Ich wollte, speziell damals bei YouTube, ich wollte immer die Videos so aufnehmen, dass man mein Mikro gar nicht sieht. Und ich fand das immer ein bisschen schwierig, wenn Leute so, keine Ahnung, so einen Pop-Schutz hatten und sie sind dann halt quasi so komplett hinter dem Gesicht mit dem Pop-Schutz so verschworen. Und man siehst immer so die Augen und die Geste kannst du dann maximal in der Stirn und in den Augenbrauen irgendwie so erahnen, weißt du? So halt. Hatte ja Stefan jetzt auf dem Bild auch so. Ihr habt halt immer das Ding. Ich mag das nicht. Ich finde das nicht schön. Da geht halt viel. Das habe ich jetzt nur was. Ich musste das jetzt einmal so sagen. Im Stream sieht man es nicht so. Ich habe das halb angewinnt. Also ich habe es nicht direkt vorm Mund. Allein um Explosives ein bisschen zu minimieren. Aber trotzdem natürlich so nah wie möglich ran wegen des Proximity-Effekts. Entschuldigung. Hast du die... Sind das du bloß? Jetzt neu. Was? Es geht dich gar nichts an. Mann, ich habe mir heute auch welche gekauft, Alex. Ich wollte einfach nur mal wieder bonden. Verstehst du? Okay, Brofist hier. Pass auf, Brofist nach da. Bam! Geil, Alter. Sonst sieht das nachher wirklich aus, als wenn das... Ich mache auch eine... Nee, deine Cam ist eingefroren. Ah, B-Comp-Fode. Das ist schon interessant. Aber wenn ich... Diese Frage kommt ab und zu, wenn man streamt, zu sagen, ey, was hast du denn für Hardware? Ja, okay, guck in meine Liste. Das und das und das. Blablabla. Wenn du Fragen hast, melde dich. Aber wenn die Frage dann auftaucht, was würdest du denn jemandem empfehlen, was als erstes Mikro zu nehmen? Das ist echt nicht einfach zu beantworten. Es kommt halt... Budget ist das Wichtigste. Wie viel kannst du ausgeben? Wie viel willst du eigentlich erreichen? Und ich würde niemandem, der anfängt zu streamen, empfehlen, sich sofort irgendwie schwer Ausgaben zu machen und erst mal rauszuhauen. Ich würde... Würde ich niemals machen. Doch, wenn er Geld hat. Doch, wenn er Geld hat. Also auf mich ist mal jemand, eine etwas bekanntere Persönlichkeit auf mich zu rücken. Nee. Wie geht's? Was? Bushido. Das kann ich sagen. Okay, cool, cool. Also, der war mal Konsultierung und ich hab gefragt, was ist denn das Budget? Keins. War die Antwort. Dann hab ich das zusammengebaut. Sind wir, glaube ich, bei 16 rausgekommen für alles, aber mit Computer und dem ganzen Scheiß. Ja, das ist zu teuer. Okay. Alter, ich hasse Menschen, also nix gegen dich, Bushido, ich hasse Menschen, die das nicht auf die Reihe kriegen. Was ist denn dein Budget? Ja, keins. Sag doch einfach mal. Und dann sagst du denen das. Nee, das ist mir zu viel. Ich kann mir das Gespräch mit Bushido richtig vorstellen. Ey, valla, Brudi, mach mal. Nee, warte, der redet gar nicht so, ne? Der redet schon mehr sehr richtig Hochdeutsch, ne? Bushido redet sehr, aber ich hab nur mit seinem Management gesprochen, also nicht mit ihm persönlich. Cool. Da ist dann jemand anderes reingekommen und dann hat er sich einen rode Podcast der USB hingestellt und eine Audio... Ach, das reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Reden wir einfach gar nicht drüber. Nee. Okay. Schwer. Aber ja, Budget ist halt auch wirklich immer, wenn Menschen was fragen, bitte macht euer Budget für euch selber aus. Das ist super wichtig. Ja, und vor allen Dingen Vorentscheidungen treffen, was man braucht, weil dieses, hey, kannst du mir ein Mikrofon empfehlen? Ja, kann ich. Aber, ne, dann empfehle ich dem zum Beispiel ein Mikrofon von Rode, was du auf der Kamera packen kannst. Aber wollte halt eins für den Stream haben, so, weil kannst du mir ein Mikrofon empfehlen? Das ist halt riesengroß. Genauso, als würdest du irgendwo, stellst dich auf die Straße an eine Kreuzung da halten drei, vier Autos und dann gehst du einem hin, hallo, kannst du mir ein Auto empfehlen? So, was willst du haben? Was willst du fahren? Wofür? Wie groß? Warum? Wieso? Weshalb? So, bei Mikrofonen ist es, okay, der Vergleich ist so scheiße, ich merke es gerade selber. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es gibt halt vollkommen verschiedene Mikrofone für vollkommen verschiedene Anwendungsbereiche. Und für vollkommen verschiedene Preise. Preise, ja. Und teuer ist nicht immer besser. Beste, besser. Das stimmt. Das stimmt, ja. Mehr gut. Das ist, in Deutschland sagen wir mehr gut. Aber Soundcraft hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mehr gut für mehr Preis. Soundcraft ist super. Gut und günstig, wirklich. Könnte auch bei Edeka stehen oder so. Das war übrigens auch das schönste Upgrade, was ich je getan habe. Bin ich ganz ehrlich. Ja, aber jetzt vermisst du das Fummeln an den Nippeln. Ja, das habe ich schon am Anfang so ein bisschen nicht gefühlt, muss ich sagen. Aber ich bin einfach so ein ganz riesiger Fan davon, dass das Ding so viele Eingänge hat. Boah, da kriege ich echt einen feuchten Schlüpper. Jedes Mal, wenn ich da rüber gucke und dieses, diese Kabel... Wie viele Eingänge benutzt du? Alle. Bitte? Alle. Du hast... Wie viele Channel hast du verfügbar? Warte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oder? Warte mal. Du benutzt alle 20 Channel. 2, 4, 6, 8, 10... Das ist viel. Wie viel kommt da von deiner Racing-Ecke aus an? Sehr viel? Nee, das ist ein USB-Kabel. Bitte? Wofür benutzt du 20 Channel? Also, was hast du denn da alles drin? Nein. Also, ich habe bei mir Laptop, Streaming-PC, Gaming-PC, Loop-Station und dann, ja, Mikrofone halt, je nach Bedarf. Na, ich habe meine... Ich habe sogar noch... Telefie? Ich habe da Konsolen halt dran. Okay, Konsolen, stimmt, ja. Die habe ich da dran. Mein MacBook ist da dran. Mein Alexa ist da dran. Jeder Computer... Ah, okay, okay. Alles klar. Jeder Computer jeweils mit zwei Soundkarten dran. Äh... Die Küche ist auch noch da dran. Okay, alles klar. Naja, gut. Also, ich habe halt, äh... Mir halt mal alles gegönnt, so. Also, ich habe halt wirklich alles aufgetrennt. Also, wenn Knossi das nächste Mal ein Format machen will, dann können die bei dir drehen, ja? Also, in der Theorie kannst du hier schon, ja, kannst du schon Spaß haben, auf jeden Fall. So. Aber das ist halt... Naja, das ist halt so dieser... Das, was ich ja immer versuche zu sagen. Irgendwann kommt jeder an den Punkt, wo man sich alles gekauft hat und dann sagt man sich, okay, was würde das für dich denn jetzt noch einfacher gestalten? Und ich bin halt... Also, ich bin so ein richtiger Anti-Tabber. Ich hasse Tappen. Für Sound-Tabben und... Also, wenn mir irgendeiner in seinem Stream die Windows-Lautstärke zeigt, dann kriege ich immer halb die Pest. Ja. Das ist wirklich... Also, raus-Tabben oder so, um... Boah. Nee. Nee. Also, was maximal... Was maximal noch geht, ist irgendwie Pretzelrocks oder so über die Tastatur zu steuern. Weißt du, lauter, leiser Pause. Das ist ein Maximum. Ich weiß nicht. Also, an meiner Rocket-Tastatur habe ich hier diesen Drehregler für die Windows-Lautstärke. Erzähle mir mehr von diesem Drehregler deiner Rocket-Tastatur. Toll, dass du so einen geilen Drehgler hast, der alles lauter und leiser macht. Wow. Und nicht getrennt voneinander. Das ist ja doof. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht möchte, dass hier irgendeiner im Discord redet, mache ich das einfach aus. Mit dem Schieberegler. Und mein Game ist davon nicht betroffen. Ja, das kann ich... Deshalb habe ich Notkey zugewiesen. Toll. Genauso wie... Ja, easy. Ich will das ja... Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Das Mischpult, das ist professioneller. Und du kannst mal eben kurz deinen Gesprächspartner, den einen, den du hast, lauter und leiser machen. Finde ich super. Müssen wir nicht drüber reden. Das ist top. Denen, den du hast. Nein. Ich meine... Alex, du bist einfach mein liebster Gesprächspartner, den ich einmal in der Woche habe. Oh, Junge. Nein, ich meine... Ich meine doch... Ich meine doch... Ich meine doch... Alex, du bist jetzt... Ich meine damit, wenn du mehrere Gesprächspartner im Discord hast, dann musst du die auch über den Discord einzeln pegeln. Dann musst du die anklicken und sagen, den mache ich minus 10 leiser. Das meinte ich damit. Ich wollte dich jetzt nicht wissen. Ich dreh die alle runter. Ja, okay. Entschuldigung, Captain Dekadenz ist unterwegs. Ich dreh sie alle runter. Oh, oder du nimmst einfach ein Kompressor. Sondern jetzt ein bisschen lösungsorientiert eben kurz sprechen. Ich habe das super simpel gemacht. Ich habe auf dem Stream Deck ein Plugin für Spotify installiert und da kannst du dann... Hast du zwei Lautstärke-Positionen für Spotify. Also kann ich Spotify über mein Stream Deck mal eben sagen, volle Lautstärke für... Ich bin mal eben kurz... Keine Ahnung, im Kacken oder in der Küche. Und dann läuft die Musik halt laut oder die normale Hintergrundberieselung für ich bin halt da und rede und es soll im Hintergrund ein bisschen laut sein. Das reicht für diesen Anwendungsfall für mich aus. Ich mache das meistens so, wenn ich in einem Spiel drin bin, sowas wie Tarkov, dann habe ich gar keine Hintergrundmusik und ich will auch nicht, dass der Chat dann was hört. Wir haben dann mehrmals nachgefragt und die allgemeine Meinung ist, nee, gerade bei Tarkov lieber keine Musik, weil die Stimmung geht dann auch schnell weg, wenn dann irgendwie so an Musik läuft und du rennst dann durch so ein postapokalyptisches Land und du musst aufpassen, dass du nicht hinter jeden Ecke erschossen wirst. Und also ich habe das schon an meinen Anwendungsfall angepasst und das ist ja genau darum, worum es dabei geht. Darum geht es, genau. Das ist auch wichtig. Also keiner sollte das kaufen, nur weil das gesagt bekommt. Auf keinen Fall. Immer selbst gucken, für was, wie, was, wo gebraucht wird und selbst an den Anwendungsbereich anpassen so. Weil ich kann jetzt hunderttausend Mal sagen, dass für mich das SM7B das geilste Mic ist und dass ich das empfehle und blablabla und blub, blub, blub. Aber wenn es einer kauft und der will es halt nicht haben, dann soll er das nicht behalten, nur weil es irgendeiner sagt. Ja. Das ist ja sowieso nicht. Ja, aber trotzdem, es ist ja auch trotzdem so, dass vielleicht jemand, der sich damit überhaupt nicht auskennt, sagt, ja, aber der und der sagt, das ist gut, das muss ja so sein, liegt vielleicht an mir, ich behalte es und ist dann unzufrieden. Das ist ja auch scheiße, weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Klar, aber in der ganzen Szene, egal ob YouTube, Twitch oder was auch immer, es wird doch sowieso viel nachgekauft. Ja, natürlich. Oh, das kaufe ich mir dann auch. Und das ist ja normal. Warum mühsame Recherche machen, in Anführungszeichen, wenn man einfach mal eben ein Setup nachkaufen kann. Ich würde lügen, wenn ich das nicht auch schon gemacht hätte. Ja, ich glaube, ich habe mich auch gemacht, natürlich. Ich habe mich ein bisschen selber umgeschaut, ich habe ein bisschen geguckt und ganz ehrlich, ich habe mir ein, zwei Mikrofone auch nur gekauft, weil ich fand, dass die bei anderen Leuten gut klangen. Und besser wäre es gewesen, zu Musik aktiv zu fahren, zu Turmen zu fahren oder zu irgendeinem Laden zu fahren, bei dem man sie hätte ausprobieren können und das wäre die beste Lösung gewesen. Ja, Musikstore kann ich da sehr empfehlen. Die haben einen riesigen Raum mit ganz, ganz vielen Mikrofonen und wenn deins weißt, welches du testen möchtest, nicht da hängt, dann kannst du auch fragen, ob sie es mal kurz anklemmen. Kriegst du ein Kopfhörer aufgesetzt und dann kannst du da selber deine Stimme hören. Das ist super geil. Geht auch mit Monitor-Lautsprechern und was weiß ich nicht was. Du kannst bei Musikstore, bei Turmen war ich noch nie, deswegen. Also bei Musikstore, du kannst jeden Scheiß anfassen, ausprobieren, extra kauen. Ja. Kaufen sie jetzt bei Musikstore und erhalten keinen Rabatt, denn wir sind noch nicht verpartnert. Und das Messerset gibt's gratis. Ja, zu. Ja, die Anwendungszwecke sind immer schwer zu verstehen. Also für mich ist es mittlerweile wirklich schwierig nachzuvollziehen, wie Menschen so streamen können. Und das meine ich nicht in irgendeiner Form respektlos, sondern ich habe mich so hart an diesen, an diese... Komfort. Ja, genau, an diesen Komfort gewöhnt, dass ich mir das schwer vorstellen kann, dass ich mir auf irgendeine Taste irgendwas von Spotify lege oder sowas. Das ist für mich so... Also das Einzige, was ich auf einer Taste habe, ist mein TeamSpeak Mute. So, das alles. Ja, ja, okay, das habe ich auch. Wegen halt RP, so, weißt du, schnell Muten, zack. So. Aber alles andere habe ich auch wirklich Knopf-Hardware irgendwo. Und wenn es nur das Stream Deck ist. Das Stream Deck ist im Endeffekt auch eine echt gute Lösung für so anfängliche Sachen. Klar, klar. Mikrofone Muten und so ein Shit. Ich habe das super einfach gehandhabt. Also im Discord habe ich zwei Hotkeys oder für den Discord habe ich zwei Hotkeys. Nur mein Mikro Muten oder alles Muten. Dadurch kann ich das super easy abschalten. Ja, und ansonsten halt nur die Standard-Dinger hier. Spotify, also nächste Lied, Pause, Play, Lautstärke, zwei verschiedene Größenordnungen. Also die laute Lautstärke oder die geringe Lautstärke. Was da nicht so schön ist, dass er dann sofort zu der Lautstärke springt und nicht hochfadet. Das wäre noch Premium. Ah, ja, verstehe ich. Weil das ist halt ad hoc. Und es wäre schön, wenn das mal eben so reinslidet und nicht so. Das wäre wirklich schön. Aber ehrlich gesagt, könnte man das ja auch mal bei der Bude, die das Plugin geschrieben hat, ja auch mal einen Verbesserungsvorschlag machen und sagen so. Hallo, mir ist da noch etwas aufgefallen, was so ein bisschen Optimierung vertragen könnte. Und zwar die Lautstärke. Übrigens wisst ihr, was die geilsten 10 Euro für Hotkeys sind? 10 Euro für Hotkeys? Ja. Ein Icon Pack. USB-Pedale. USB-Pedale. Oh ja, oh ja, stimmt. Wirklich. Mit dem Fuß Teamspeak muten ist einfach, einfach anderes Feeling. Das ist so, als würdest du deinen Gesprächspartner wegtreten. Geil. Es ist einfach, ohne Scheiß, 10 Euro USB auf den Boden kleben, Rats, Mute, Schnauze. Ja, ist wirklich, ist wirklich, wirklich geil. Geilste Scheiße, Ego West. Das habe ich gekauft für Tarkov. Ich habe mich, auf den Füßen habe ich mich geliehen damals. Kann ich dir auch, also Alex, ich weiß nicht, ob du Probleme hast mit Tasten, also Schwierigkeiten. Drei Extra-Tasten, wirklich ohne Scheiß, auf den Füßen liehen. Ist doch okay, der ist ja mit Händen und Füßen so begabt. Der kann ja bestimmt. Ich habe mir für das Yamaha-Mischpult, ich habe das MG12XU, da kannst du den Effekt ein- und ausschalten im Pedal und ich habe das dann mitgemacht. Ich habe es nicht auf den Boden festgeklebt, sondern ich habe es immer auf dieselbe Position gemacht. Rate, wer immer daneben getreten hat. Du. Pizza. Du. Und wer hat getraut, ist die Katze? Ja, früher schon. Ja, nee, das ist so ein Ding. Mute mache ich tatsächlich aktuell immer pro Spur. Also, wurde ja vorhin erklärt, dass das Analogpult alle zusammengemischten Spuren über den Stereo-Out wieder in den Streaming-PC schickt und ich kann halt pro Spur sagen, ob der in den Stereo-Out geht, was auch normal ist, logisch. Und demnach drücke ich eben halt einmal kurz an die Taste und dann ist es für den Stream gemutet und die Spur geht dann halt nicht in den Stream. Ja, kann man auch machen. Ja, ist ein bisschen umständlich, manchmal drücke ich auch daneben. Ich habe zuletzt eine Loop-Station Session gemacht und habe dann, keine Ahnung, vor der Kamera rumgehandelt, wie total bescheuert. irgendwelche Sachen und war halt komplett gemutet, aber loopt da fröhlich rum. Hat nur keiner gehört. Naja, passiert. Ja, so eine Loop-Station muss ich mir auch nochmal kaufen. Das fühle ich noch. Liebe. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Kann ich die Nasenflöte einspielen? Du lachst. Ich weiß, dass du Nasenflöte spielst. Ich bin ein hochbegabter Nasenflöter. Ja. Ja. Was kann man denn zu Audio noch loswerden eigentlich? Also, ich finde das witzig, dass Nils und ich immer grundsätzlich so gegensätzlicher Meinung so teilweise sind. Das finde ich ja angenehm hier in diesem Talk, in diesem Format so. Ich bin am Anfang gefühlt, was die Hardware und Technik und Möglichkeiten ziemlich weit nach vorne gerudert in Anführungszeichen. Hab viele Sachen ausprobiert und bin jetzt wieder einen Schritt zurückgegangen in Richtung, ja, mir reicht ein Single-PC für den Moment. Ich werde auch früher oder später wieder einen Stream-PC benutzen, aber ich hab mich aktiv dagegen entschieden, mir hier so ein ganzes Studio einzurichten mit einem fetten Mischpult und dies, das und so weiter, weil ich es halt einfach gemerkt habe, ich brauch's dann halt doch nicht. Und ich mach viel, viel mehr Sachen komplett digital. Ja, und da reicht dann halt auch, keine Ahnung, und wenn's dann halt ne App auf dem Handy ist, mit der ich dann meine Kamera aus der Küche übertrage, so, ne, weil es halt nur mehr eine Quick-and-Dirty-Lösung ist. So, ich find das gut. Ich find das sehr gut. Es ist ja auch alles, ähm, es ist ja auch alles machbar, also, es ist ja nicht so, als wenn man das nicht, äh, so lösen kann und als wenn das nicht, äh, vernünftig ist. Also, absolut gar nicht. Und da ist ja auch gar kein, also kann man niemandem einen Vorwurf machen, weil keiner muss sich das so kaufen in dieser Form. Es ist halt viel Luxus. Und, äh, ja, Luxus ist ein gutes Wort. Du brauchst es im Endeffekt nicht. Wie, wie oft man auch Streamer sieht, die, keine Ahnung, ihre 100.000 Zuschauer haben und die sitzen da, äh, halb quer hängend über der Tastatur und du hörst jeden Tastenanschlag, dann haben die auch noch die Switches, die so laut sind, keine Ahnung, man, jetzt wär irgendwo ein Presslufthammer unterwegs und die, die Zuschauer stört's halt nicht so. Das ist halt auch so ne Sache, ne? Das wird halt trotzdem geguckt. Das hat, für mich ist immer ganz viel, und hab ich zum Anfang gesagt, immer dieser eigene Anspruch. Ich möchte es nicht, mich persönlich stört. Genau. Deswegen baue ich es so, dass es so nicht ist. Genau. Ich finde ein Tonstudio geil, also baue ich mein Homestudio so gut, wie es nur eben geht, in Richtung Tonstudio. Und was immer wichtig ist für mich, ist Ton vor Optik. Ja, das auf jeden Fall. Ton, Ton auf jeden Fall vor Optik, ja. Und ich seh's wie ne Werkstatt, teilweise. Deswegen ist es mir auch egal, ob ein Kabel salat hinterm Tisch hängt oder nicht, weil in der Werkstatt wird gewerkelt. Und ich find's halt auch geiler, wenn ich einfach mal kurz hinter den Tisch gehen kann und kann da ein Kabel irgendwie abklemmen, ohne erst 425.000 Kabelbinder zu lösen. Oder Kanäle aufzumachen oder so. Fühl ich auch, Kabel war ne Funktioniert. Wobei, wobei, ich hätt's vielleicht doch gerne ordentlicher, aber das ist halt einfach, das macht halt keinen Sinn. Nur optisch hätt ich's gerne ordentlicher. Also, um da halt auch für den eigenen Anspruch, also, ich, für mich sind ganz einfache Dinge schon, also auf einer Messe für ein Wochenende zu streamen, da krieg ich panische Anfälle. Da krieg ich wirklich panische Anfälle. So kann ich nicht streamen. Wir haben mir fast verschluckt, ey. Das geht gar nicht. Also, dieses ganze, also, da würd's meist nur IRL quatschen und für mehr reicht's nicht. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich nehme auch nichts an, was irgendwie, jo, willst du mal streamen in irgendeiner Booth oder so. Nee. Nichts. Nope. Geht nicht. Mhm. Und wenn, dann auch nur so wie, ich weiß nicht, warst du nicht auch da? Bei, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr wo, aber Sascha war, glaub ich, auch irgendwie auf dem Dreamhack und hat dann, äh, da sein, sein Achievement mitgenommen. Er hat sich einfach vorne beim Musikstore so ein komplettes, äh, Portable Rack gekauft und hat sich dann die BX reingeschraubt und noch ein kleines Pult und, Digga, nee, das ist mir dann auch irgendwie schon wieder zu viel. Kein Bock. Äh, ja, so hat halt jeder sein, sein Ding, so, also, ich weiß nicht. Für mich ist das, für mich ist das schon mittlerweile normal, also, ich seh mich da auch nicht mehr so besonders, aber wenn man dann halt jemanden mal empfängt, der sagt sich dann so, Alter, du hast halt richtig einen an der Krawatte, so. Also, gerade Racing Setup ist halt immer das beste Beispiel aktuell. Warum hängen denn da noch zwei extra Tablets? Bist du bescheuert? Da hängen doch schon fünf Monitore. Ja, weil es halt bequemer ist. Ganz einfach. Also, ich komm mir immer mehr vor wie so eine Streaming-Kackalake, wenn ich, wenn ich in so ein, wenn ich, wenn ich in so einer, wenn du auf so eine Veranstaltung, egal ob du Remake oder irgendeine Bruce oder so eingeladen wirst, da gehe ich schon davon aus, dass das das bare minimum ist, weißt du, das Spiel läuft und die Firma oder der Entwickler oder der Bruce-Steller möchte halt nur ein paar Namen haben, ein paar Leute, die dann da irgendwie live sind oder so oder halt eben bestimmte Leute halt dabei haben, ist schon klar, aber da habe ich dann auch nicht den Anspruch dafür. Also das Maximum, was ich da machen würde, wäre vielleicht noch in Anführungszeichen mein USB-Mikrofon mitnehmen, so wie ein E-Sportler seine Maus mitnimmt oder seine Tastatur oder so was. So in der Richtung. Aber ganz ehrlich und jetzt mal was anderes, so eine digitale Vor- oder Nachbearbeitung wie zum Beispiel Nvidia Broadcast, dass man einen wirklich guten Rauschfilter hat, der wirklich super viel rausfiltern kann, unabhängig davon, was du für ein Mikro und so weiter. Das finde ich super. Also das wird für die nächsten Events auf jeden Fall einen riesen Unterschied machen. Überhaupt dieses ganze KI-Ding, was da so eingreifen kann und das auch lernt, ist halt schon krass. Es ist krass, aber Nvidia Broadcast ist wirklich heftig. So wie das schon funktioniert und das so in der ersten jetzt veröffentlichten Version ist Wahnsinn. Ja, stimmt schon. Und gegen der Greenscreen bin ich ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also selbst wenn, also es ist der, finde ich, beste digitale Greenscreen, den man, den es zurzeit gibt. Ja, aber. Aber selbst wenn mein Hintergrund und ich sehr kontraststark sind oder auch, ne, dann, ja, es hat immer noch, ne, so ein digital ausgeschnittenes Ding, was man halt erkennen kann. Aber immer schon tausendmal besser als damals andere Firmen. Da wurde dann so ein halbes Kopf aufgeschickt oder sowas. Das war immer super, wenn dir die Software dafür über der Webcam beiliegt. Dann weißt du, qualitativ perfekt. Microsoft macht das was. Kriegen bestimmt heute sehr viele Leute mit, wenn sie irgendwie Homeschooling machen oder so. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Lehrer so einen richtig schlechten, ausgeschnittenen Greenscreen-Scheiß hat, ey. Ja, ja, Microsoft mit Teams, aber hat, hat keine Anbindung für OBS, soweit ich weiß, ne? Oder keine, kein einzelnes, kein einzelnes, sag schnell, kein Plugin oder sowas. Keine einzelne Software. Ja, das stimmt schon. Physisch. Also seit Jahren halt nur noch physisch. Ne, also ich bereise mich um solche Streamplätze nicht. Ich bin da ja auch von unserer Größenordnung jetzt hier auch der Kleinste. Also ich kriege sowas auch nicht direkt angeboten oder sowas. Aber auf die letzten Dinger, die ich bei dir nicht gewesen bin oder bei der letzten Dremark zum Beispiel, auf der ich gestreamt hab, so da war mir von vornherein, da war ich schon froh, dass wir zwei Monitore haben. Und da wusste ich auch, dass wenn ich ein anspruchsvolles Spiel spiele oder eins, wo ich weiß, dass sehr viele Ressourcen benötigt werden, so, dann kannst du halt nicht mit deinen eigenen Settings fahren. Und das ist halt okay. Du bist halt auf einem Event. Und wie du schon sagst, da kannst du auch viel quatschen. Oder ich weiß, dass eine Streamerin, die hat dann, die hatte ein, was war denn das? Die hatte, glaube ich, ein USB-Mikro mit, so von, auch von Road, glaube ich. Und die ist dann in die Streaming-Boost reingegangen und hat dann mit den Leuten gequatscht und hat die Kamera umgedreht und so, das war irgendwie ganz witzig. Luna war das. Das sah ganz cool aus. Und da hab ich so gesagt, ja. Da ist sie aber auch, da ist sie auch der Typ für. Ja, absolut. Absolut, absolut. Und die haben, glaube ich, damals noch mit, hier diesen Lootboxen-Anbietern da noch so Giveaways und so weiter gemacht. Das hatte so einen Show-Charakter so ein bisschen. Fand ich ganz cool. Dachte ich auch so, ja. Kannst du eigentlich auch machen. Oh, imagine, du würdest, du könntest in der ganzen Halle WLAN benutzen und rennst dann mit sowas wie mit deiner Handy-App rum und kannst das über das WLAN des Netzwerks. Hat Sascha gemacht. Sascha hat irgendwann keinen Bock mehr gehabt und hat so einen IRL-Rucksack da angemacht. Mhm. Also das, das ist für mich auch mittlerweile, also mein IRL-Rucksack ist mittlerweile weiter als das, die Streaming-Boost. Ja, schon traurig irgendwie. Also ich finde das sowieso immer so, ey, geil, da ist Streaming und blau und das ist jedes Mal so, also ich hab, da noch nie mitgemacht, aber es ist jedes Mal so, dass ich von mindestens einer Person höre, dass das Internet nicht funktioniert. Ja, es ist entweder Internet funktioniert nicht oder der PC funktioniert nicht oder du kriegst halt so ein 2,50 Euro Headset-Mikrofon. Ja, genau. So. Und dann denke ich mir immer, das ist doch keine gute Werbung für euch. Also das, ich schreibe ja sehr oft auch Kritik und hab ja auch ein gutes Verhältnis so oft mit den Veranstaltern und ich sag dir das jedes Mal so, Boys, wollt ihr nicht einmal, aber dann hängt das wieder mit dem Sponsoring zusammen und dann ist hier wieder die eine Bude drinne. Ja, aber es wäre doch so einfach alles. Es ist so einfach. Also ob du da jetzt ein 250 Euro Gaming-Headset hinlegst, was grad beworben werden muss, weil es wireless ist und trotzdem scheiße klingt wie vor 10 Jahren oder ob du da einfach hingehst und machst, keine Ahnung, man, für 50 Euro mehr pro Platz ein Interface mit einem vernünftigen Headset. Sowas wie du jetzt zum Beispiel hast. Das reicht doch zum Beispiel. Die gibt's ja auch recht günstig von Thoman Eigenmarke. Scheißegal. Machst du dir den Bügel drum und gut ist und du klingst wenigstens gut. Ich weiß aber, aber gut, keine Ahnung, das ist vielleicht auch wieder dieses Anspruchsding so von wegen, ja, die streamen da, das funktioniert schon so. Ja, es ist halt oft genau das, genau das. Das ist halt oft dieses Sponsoring-Ding so und der Sponsor möchte das halt sehen, dass das dann vermarktet wird, aber am Ende kommt... Ja, aber es ist doch doof, wenn du da ein Headset hast, Mann, das wireless ist und das klingt einfach wie Müll. Geek. Ja, das versuche ich auch jedes Jahr anzumergen, ist so, hey Boys, ich glaube, das ist dann aber auch für denjenigen keine gute Werbung, weil die Mikrofone sind crystal clear Headset wireless. Jo, Alter, alles klar. Also, wireless Headset habe ich bei einem Streaming-Boost ehrlich gesagt noch nicht gesehen, weil dann hätten das auch Probleme mit Akkuladung und so'n Scheiß. Aber ich weiß, dass du meinst grundsätzlich. Ja, okay, vielleicht vertue ich mich, aber du weißt genau. Ja. Nee, das stimmt schon, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, das könnte, also klar, natürlich, wenn du jetzt so ein paar Nerds wie dich und Nils oder mich jetzt halt fragst, dann hätte man da immer tausend Ideen dazu, aber für den Veranstalter geht es ja nur darum, ja, wir bieten was, wir haben was, ja, Streamer können wir auch holen, ja, Streamer, kein Problem, stell mal ein Computer hin, die kommt schon klar. Ja, aber der Chat ist doch mittel, also, guck mal, das Ding ist, wenn du ein Streamer willst auf einer Plattform und du streamst und du hast immer deinen Chat, du hast deine Community, die wächst ja auch mit dir mit, das heißt, die Community kriegt dir auch mit, irgendwann schlussendlich, was besser ist, was schlechter ist eventuell, so, und wenn du dann sagst, jo, ich bin da und da live und deine Community ist von, zum Beispiel jetzt uns dreien, einen super geilen Ton und ein super geiles Kamerabild zum Beispiel gewohnt und dann gucken die auf der Messe zu, dann denken die sich doch auch, wieso zum Teufel hat die Messe da so einen Scheiß hingestellt, das ist doch eigentlich eher die absolute Negativwerbung, also ich, ne, ja gut, aber jetzt wieder das Logik-Ding und Marketing und Sponsoring, ich weiß, I don't know, keine Ahnung, ich würde es trotzdem nicht so, oh. Kurze Frage, war das auf der TwitchCon Amerika als Gronkh so ein IRL-Backpack gestellt bekommen hat für die Messe? War das da? Ja. Ich meine, ich kann mich aber nicht ganz dran erinnern. Ja, war es. Aber witzig, ne? So von wegen, hey, ja, okay, komm vorbei, ja, wir stellen dir ein IRL-Backpack, da kannst du alles, was du machst, halt streamen, solange es innerhalb der TOS ist, ne, so. Witzig, witzig. Fände ich auch viel witziger, aber dann geht halt auch so dieser Charakter verloren, das lässt sich dann nicht so umschreiben, nicht jeder möchte das, nicht jeder kann das, nicht jeder möchte mal, ne, also, achtet dann auf so tausend Kleinigkeiten. Ey, wenn ich, wenn ich ein Paket bekomme, egal ob das privat oder geschäftlich oder was auch immer ist, sobald es meine Wohnung betritt, reiße ich das Paket-Label ab oder ich mache sofort mit einem Edding, einem schwarzen Edding, meine, die Adressen halt alles so unkenntlich. Das ist so drin, das mache ich vollautomatisch, ne? Ja, ich bei mir auch. Und ich weiß auch, dass ich gewisse Leute aus meinem privaten Umfeld niemals in mein Voice holen würde, weil, weil denen würde irgendwie mal was Verfängliches rausrutschen, was mit privaten Informationen zu tun. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, überhaupt keinen Bock, ne? Das können die nettesten Menschen der Welt sein, aber das mache ich halt auch einfach nicht so. Ja, das ist aber so ein, so ein Streaming-Standard. Ich habe das auch zum Beispiel, wenn ich, ähm, so ein, ah, wie, wie, ja, warte mal, ich suche gerade ein Beispiel. Sagen wir mal, ja genau, sagen wir mal, du kriegst von irgendwo ein Placement angeboten, aber dieses Placement soll stattfinden mit einem anderen Streamer im Team und du sollst mit einem anderen Streamer im Team spielen, den du nicht kennst. Noch nie mit gestreamt, noch nie irgendwas, bla, bla, bla. Und ich finde, sowas ist immer doof, weil ich, die Chemie muss doch stimmen so. Also wenn ich jetzt mit irgendjemandem dann ins Team geworfen werde, den ich überhaupt nicht kenne, ich weiß nicht, da bin ich gar kein Fan von. Ich, ähm, mir ist da vor einiger Zeit, vor noch gar nicht so langer Zeit, was passiert, äh, da wusste ich nicht, dass ich nicht so kompatibel zu dem einen oder anderen bin und das war dann auch nicht so lustig nachher für uns alle irgendwie. Oh, wer hat dich bei Rivals nicht gemocht? Nee, bei Rivals das war keine, das war kein, das war kein Rivals, das war was anderes, aber wie gesagt, kein Name-Dropping. Ähm, wir waren einfach nicht kompatibel. Ich streame immer mit dir. Oh, das ist schon, Stefan. Oh, Kussi. Ähm, was? Einmal kurz rein cringen, wobei das Wort cringe, mehr cringe ist als der Cringe. Was? Ja, schon, aber ich kann das, ich fühle das auch, wenn du sagst, ja, du kannst nicht einfach mit irgendwem da reingeworfen werden in irgendwelche Events, das muss schon passen. So, und, ja. Ich habe deswegen schon Placements abgesagt, weil, einfach, keine Ahnung, ne? Nee, mit dem Gronkh will ich nicht. Gronkh sagt, ich muss unbedingt zu ihm und seine Sachen verkabeln. Gronkh hört Mono. Echt? Was? Gronkh hört Mono. Ja, der hat gesagt, wann ich denn mal wieder in Deutschland bin und ob ich dann mal bitte vorbeikomme und ihm seine Kabelöres mache. Gronkh hört Mono. Erik! Erik! Ruf an, Euler! Das habe ich ihm ja auch schon dreimal angeboten. Das ist ja, aber ich glaube, da ist das auch immer so eine Sache, ob man Reichweite geiern will und so. Da ist man, glaube ich, sehr vorsichtig bei sowas. Reichweite? Achso. Ja, bei Erik, ja, keine Ahnung. Mir ist das auch scheinsteig. Mir ist sowas, Degar, wirklich, kennst du mich. Ich habe bei Leuten, bei dir habe ich ja auch offline gebaut und da wusste ja auch eigentlich gar keiner. Oder hättest du nicht gesagt, wenn wir sogar undercover noch gekommen sind, das ist ja alles. Ja, das stimmt. Scheißegal. Ja. Aber das ist vielleicht ein Thema von anderen Hardcasts. Was denn? Ja, so, Twitch. Service? Naja, Hardcasts geht ja, es geht ja nur um Hardware hier. Wir wollen ja solche Themen nicht aufmachen. Obwohl, es wären harte Themen. Das machen wir dann in der letzten Folge, weißt du, alle einmal wegdissen und jeder kriegt seinen Fett so. Und die dumme Sau. Die blöde Potsau, Alter, mit dem muss ich scheiß Trash Rivals spielen, ey. Knüppel die blöde Hodengesicht, ey. Sie sollen sich bloß verpissen, ey. Was? Ja, und dieser Lost, Name ist Programm, ey. Lost. Richtig Lost. Ich habe mit Eli damals bei so einem PUBG-Event mitgemacht, wie Baal von Heddo. Ja. Das war lustig. Ich glaube, in einer Runde hatte ich ein Disconnect und es gab kein Reconnect, also war ich raus und in einem anderen Match sind wir dann von den nachher Zweitplatzierten komplett überrannt worden. Also hatten wir quasi nur eine Runde, in der wir so halbwegs gespielt haben. Das war scheiße. Das war nicht so cool. Aber es klang unfassbar gut, weil die Mikrofonqualität hat damals schon gepasst, ne? Also die Hardware stimmte, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich pendle, also um jetzt mal zurück zum Audio zu kommen für jetzt zum Ende, weil wir haben ja schon die zwei Stunden erreicht, das ist wie immer wie im Flugvergang. Ich habe, ich pendle immer so zwischen so zwei, drei Mikrofonen hin und her und keins bleibt wirklich mal ein ganzes Jahr lang bei mir stehen. Ich habe einen Audio-Technica, das 2035, das ist glaube ich so mit Abstand das günstigste Mikro aktuell bei mir, glaube ich. Ja. Das, das muss ich auch grundsätzlich ein bisschen anders einpegeln, dann das Electro-Voice A320, das ich gerade benutze. Das benutze ich gerade, ja. Das ist super. Ich liebe das Ding und das hat auch den besten, ich sage jetzt mal, internen Pop-Schutz, da muss ich nichts noch zusätzlich dran machen, drauf machen oder sowas. Ich kann direkt reinlabern und also ich muss schon sehr laut reinhusten, damit man halt irgendwie mal was klippen hört. So was in der Richtung und sowas zum Beispiel das Rode Procaster, warte mal, das Podcaster war das USB und das Procaster war das XLR. Genau. Das finde ich, das klingt bei mir, bei meiner Stimme total muffelig und dumpf. Ja, muddy sagt man, ne? Absolut. Und das ist aber auch zu muddy und dumpf. Und selbst wenn ich Software-AQ ein bisschen da rumspiele, noch röhnen und so weiter, boosten und so weiter, das klingt bei meiner Stimme nicht gut. Ich mag das nicht so gerne. Aber ich hab das ja auch jahrelang benutzt, also was musste ich ja damals dran gefunden haben. Ja, ich komm immer wieder zurück zum SM7B tatsächlich. Also ich hab wirklich so viele Mikrofone durch, komm immer wieder zurück zu dem. Auch wenn ich mal irgendwie drei, vier Tage ein anderes dran klemme und dann sage, boah, das klingt voll geil, dann bin ich immer wieder froh, das SM7B dran zu haben. Das ist so mein All-Time-Mic. Keine Ahnung. Ich glaub, ich werd mir irgendwann, werd ich mir nochmal so ein Countryman holen. Da seh ich mich noch. Also für mich, der jetzt nicht ganz so tief in der Mitte her rät, ist ein Countryman-Auto. Nee, ein Countryman ist mit eins der teuersten Bügel-Mikrofone, die du kaufen kannst. Also das ist so, da siehst du auch nichts dran, das ist so ein dünner Faden und das ist schon ziemlich krass. Da seh ich mich, aber ich hab mich noch nie durchgerungen 800 Euro zu bezahlen dafür. Aber das ist so. es gibt sogar noch teurere, ne? So im Fernsehproduktionsbereich, da hab ich mal von jenseits der 1000 für das Mikro gehört. Ja, die Countryman-Dinger, die sind schon, die sind schon stabil. Ich muss noch kurz gucken. Ja, hier Countryman, 600 aufwärts und gib ihm. Tendenz steigend. Da seh ich mich auch noch, aber ich müsste halt zwei kaufen, hab ich keinen Bock drauf. Zwei warum? Naja, weil ich da drüben genau dasselbe wie hier habe. Also ich hab zweimal das hier. Also ich hab da eins und hier eins, weil ich umstecken nicht mag. Aber bist du da auch so, dass du nicht zwei verschiedene haben kannst? Krieg Krise, Alter. Kommt der innere Monk durch. Wirklich. Ich mag auch umstecken nicht. Das ist ganz schlimm, ey. Also umstecken nicht. Ich mag auch adaptieren nicht. Hass ich. Adaptieren find ich auch nicht geil. Entweder ganz oder gar nicht. Jo. Ja, fühl ich. Ja. Jo. Schnäppchen. Schnäppchen, Schnäppchen. Also um ehrlich zu sein, was mein Audio-Setup angeht, da werde ich erstmal nicht wirklich was verändern. Ich bin da schon zufrieden. Ich hab überlegt mit dem GoXLR, dann hab ich gedacht, nee, machst du doch nicht. Dann hab ich auch einmal ganz kurz in die Richtung von 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 die Nils-Richtung gedacht mit auch digital dies, das und ne, da gibt's ja noch eine kleinere Version von dem Soundcraft, heißt das, ne? Mhm. Aber da seh ich mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Also bei mir ist das relativ offen, so die Richtung. Ich glaube, ich werd früher oder später auch nochmal so ein so ein Headset-Mikrofon nochmal benutzen. Also ein gutes natürlich, jetzt nicht irgendwie so, weißt du, hey, ich hab mir gedacht, ich schließe jetzt hier einfach mal das vom Hersteller mitgeliefert, das vom Mikro an und das ist jetzt hier ein Headset. Was für Phantom Lord damals gut war, ist für mich auch gut. Beim Soundcraft seh ich dich aber, weil da ein USB-Interface drin ist. Und das eigentlich für dich, also für deine Zwecke wär's jetzt wirklich mega, Alex. Es ist halt schweineteuer, aber also für Single-PC ist das der Shit mit dem Audio-Interface da drin, weil 32 Spuren rein, raus, du kannst da alles Mögliche drauf donnern, was du willst und kannst da drauf Schieberegler packen. Ja. Das ist also, als ich das rausgefunden habe, dass das funktioniert, ist bei mir aber der heilige Gral aufgegangen. Anwendungsmöglichkeiten noch und noch. Also, ja. Ich weiß nur nicht, ob es da günstiger, dass das günstig, also ob es das günstiger gibt. Kompakt. Ja. Nee, aber gut. Bin ich da eigentlich zu streamen. So, ich glaub, Stefan wollte 20.15 Uhr streamen, hat er gesagt, laut Twitter. Ja, ja, ich wollte vorhin auch kurz kacken. Das heißt, ich verflüssige mich jetzt wahrscheinlich gleich und dann, naja. Ja. Ja, ja. Stefan, das war sehr schön, dass du heute hier gewesen bist. Ich hab mich sehr gefreut, deine Stimme wiederzuhören. Danke. Tschüss. Gerne, gerne nochmal. Also, wie, wie, wie jeden, also ich möchte, Alex, würdest du gerne heute beenden. Das wär schön. Ich kann gerne jetzt hier zumachen, ja, ist kein Problem. Also, ich sag Tschüss und dann machst du... Sagst du Tschüss, ja. Okay. Das war sehr schön heute. Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war auf jeden Fall auch ein sehr schönes WhatsApp-Gespräch mit der Klärung. Zehn von zehn. Ja. Wie immer, also zwei Stunden sind rumgegangen wie im Flug, ne? Also, wie jede Woche, das geht einfach... Könnt noch eine Stunde. Ja, ne? Ja. Fühl ich auch so ein bisschen. Ich sag Tschüss. Habt eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche Mittwoch. Und, äh, Alex. Sag doch mal Tschüss, Baby. Tschüss, Leute. Ich weiß, wir haben jetzt zwei Stunden geredet und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, hm, vielleicht kann ich mir da noch irgendwelche Sachen rausziehen, die mich schlauer machen. Und ich bin mir sicher, das hat nicht so ganz geklappt. Aber, hey, wir sind ja auch kein Tutorial, sondern wir erzählen nur ein bisschen, was wir so erlebt haben. Ich fand das sehr geil. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, dass, ähm, nächste Woche noch eine Folge kommt. So, also, ganz klassisch. Nochmal Audio. Ja, jetzt, also ich glaube, nächste Woche haben wir keine Audio-Folge, nein. Ja, was machen wir nächste Woche? Ja, genau, was machen wir eigentlich nächste Woche? Was machen wir nächste Woche? Stefan, schlag mal was vor. Achso, du bist schon weg, ne? Video. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatte das schon, achso. Ausführlich. Ich verfolge euren Scheiß hier nicht. Ich schmeiße jetzt was rein, ein Thema, pass auf, das wird dich umhauen. Nils, du auch. Wireless. Ach du Scheiße, jetzt bin ich weg. Tschö. Tschüss Stefan, mach's gut. Tschüss Stefan. Wireless? Da musst du mich aber an der Hand nehmen. Also wir können das gerne machen. Als ob du mich an die Hand nehmen, ich die an die Hand nehmen muss. Wireless, du hast doch ein Funk-Mikro und den ganzen Scheiß halt auch. Dein IRL-Backpack und so. Alles, ey, ohne Scheiß. Ich hab ein Wireless-Kopfhörer jetzt auf. Das ist das erste Ding. Das zweite ist, du hast eine Funke für dein Mobil, keine Ahnung, Koch-Stream oder was auch immer. Nur weil ich jetzt hier ab und zu mal so ein paar Sachen mit dem Handy mache oder sowas, ich glaub, da können wir echt viel drüber quatschen. Ha? Alex, nimm mich bitte bei Wireless an der Hand. Also wirklich jetzt nicht, weil ich, ich will dich grad nicht verkackern, aber ich fühl mich grad lost in dem Thema Wireless, weil ich nicht in deinen Kopf gucken kann, was du siehst. Deswegen würde ich einfach sagen, nimm mich nächste Woche an der Hand und dann bin ich dabei. Okay, wir probieren das. Wir probieren das aus. Das war jetzt ganz spontan. Wir haben uns nicht abgesprochen. Okay. Ja. Warte, Listenpunkt Nummer 6 haben wir, 7, alles klar. Das finde ich übrigens, Alex, muss ich auch, also nochmal, auch wenn wir schon schüß gesagt haben, aber das finde ich wirklich toll, dass wir uns hier nicht großartig absprechen, sondern okay, hier hast du einen Screenshot, hier ist das Overlay, okay, Mittwoch, okay, und das war's. Mehr reden wir wirklich nicht. Also legit, wir reden keine, keine Themen. Also ich glaube, nach der ersten Folge haben wir kurz mal nach Feedback gefragt, das war, ja, gut, weiter. Und dann war da das Schluss. Und ich finde das echt toll, weil das super zwanglos und wenig Stress bedeutet. Das finde ich geil. Und das Meme der Woche ist ja quasi immer wieder neu. Hey, wir müssen den Chat auch ein bisschen mehr ein, ne, hier so mit quasi, also ein bisschen mehr Feedback aus dem Chat und mal drauf eingehen und so. Also ja, mehr Kulpa, das wissen wir. Also Chat. Nils, ich wünsche dir, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir machen jetzt Schluss hier an der Stelle. Ich klicke mich auch einfach mal raus. Ja. Aber danke. Tschüss. Bis wireless.